Servus an alle, ich hoffe, euch geht's gut. Ein paar von euch haben mir vorgeschlagen, als nächstes auf das Video Nietzsche in 60 Minuten von Dr. Walter Ziegler zu reagieren. Und ich muss davor sagen, ich habe schon ein paar seiner Videos gesehen. Die fand ich eigentlich immer sehr gut, vor allem ist es eine ganz große Kunst, Philosophen in 60 Minuten komplett darzustellen, was sie so gemacht haben und ja, wie ihre Philosophie so war. Und das vor allem noch in einer Art und Weise, die einen ja auch begeistern lässt für diese Philosophen. Also dementsprechend habe ich ein ganz gutes Vorbild schon mal von dem, was wir uns gleich anschauen werden. Das Video selber habe ich vor vier Jahren oder so das letzte Mal angeschaut. Also ich kann mich auch an nichts mehr erinnern. Ich weiß nicht, ob es so gut oder schlecht war. Dementsprechend bin ich genauso gespannt wie ihr wahrscheinlich, auf was wir uns gleich einlassen werden. Ja, ich will gar nicht groß vorherum quatschen. Deswegen schauen wir direkt mal rein. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu... Ja, direkt. Ich habe hier schon wieder ein bisschen schnellere Geschwindigkeit. Wir machen das jetzt aber mal ganz, ganz gründlich von vorne. Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Friedrich Nietzsche, einem der ganz großen europäischen Philosophen. Und wir befassen uns ja heute mit dem berühmten Willen zur Macht und seiner ganz großen Vision vom... Übermenschen wahrscheinlich. Ich wollte gleich schon mal einhaken. Also wie ihr seht, der Herr Dr. Walter Ziegler, der hat schon ganz viele Philosophen behandelt. Und heute um den großen Europäern Nietzsche, da hat er natürlich auch schon die richtigen Worte getroffen. Nietzsche wollte ja selbst, hat sich als Europäer gesehen. Je nachdem, welche Themen heute behandelt werden, das ist für mich auch ganz spannend, um mal zu sehen, wie das der Herr Dr. Walter Ziegler so einschätzt, was denn erwähnenswert und wichtig ist in 60 Minuten, davon Nietzsches Philosophie zu erwähnen. Allein von meinen Erklärt-Videos, das ist bestimmt schon lang in Überspielfilmlänge. Also die Themen waren das natürlich ganz entscheidend. Und er hat ihn gleich als europäisches Phänomen auch dargestellt. Das bedeutet also, dass Nietzsche auch in seiner gesamtphilosophischen Tragweite, die er weit über Europa hinaus reicht, man liest ihn ja auch auf allen anderen Kontinenten dieser Erde, einflussreich war. Also schon mal ganz spannend. Und was wir uns, glaube ich, auch jetzt in diesen 60 Minuten, worauf wir uns nicht einstellen dürfen, ist ein absolut wissenschaftlich krasses Beschäftigen mit Friedrich Nietzsche. Da haben wir ihn nochmal. Denn er hat ja, wie gesagt, auch ganz viele andere Denker karikatiert. Und es geht, glaube ich, mehr darum, einen Eindruck zu gewinnen von dieser Person und von seiner Philosophie. Also, ich möchte nicht sagen populärwissenschaftlich, sondern eher einen Einstieg zu diesem Denker zu finden und, ja, Begeisterung für ihn zu erzeugen. Also ein ganz wichtiger Job auch, den der Herr Ziegler da macht. Man sieht ja auch schon Kant, Freud, Habermas, alle möglichen anderen Denker, die er da schon behandelt hat. Und deswegen, ja, werde ich wahrscheinlich das ein oder andere Mal auch sehr gnädig sein. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was kommt. Deswegen, ja, schauen wir weiter. Übermenschen. Und Sie werden sehen, Nietzsche hat zahlreiche Gedanken, die geradezu von einer brennenden Aktualität sind. Und, ja. Stimmt natürlich absolut, aber er erwähnt, er erwähnt direkt zu Anfang den Übermenschen und den Willen zur Macht. Kann man machen. Hätte ich wahrscheinlich als die zwei wichtigsten Themen auch so gesagt. Er hat ja bereits 1855 einen ganz kleinen Satz niedergeschrieben und formuliert, der um die ganze Welt gegangen ist. Er ist sehr kurz. Ich habe ihn Ihnen mitgebracht. Gott ist tot. Okay, da stimmt was nicht. 1855. Wir können ja mal gucken. Da gibt es eine ganz coole Seite. Nietzsche Source. Da kann man verschiedene Schlagworte suchen aus Nietzsches Philosophie und kann daran her schauen, wann Nietzsche sie geschrieben hat. Da ist alles drin. Also auch Nachwerk und ich habe es mit Absicht zugeschrieben übrigens. Weil sie hat 1861. Ah, da kommt nicht mal Gott vor. Aber das ist das erste Mal, dass diese Reihenfolge irgendwas vorkommt. Also ich glaube, das erste Mal, das war auch relativ spät, dass er das gesagt hat, in der fröhlichen Wissenschaft. Wie gesagt, äußert er diesen Gedanken im Buch, dass er ihn vorher schon mal geäußert hat. Würde ich sagen, das wäre trotzdem in der Nähe. Und ihr seht hier die fröhliche Wissenschaft 1882. Wir machen das mal so. Ich werde da einfach die Untertitel reinhauen. Wiedergeschrieben? Ja, vielleicht. Aha, hier steht 1882. Deswegen gucken wir uns das jetzt nochmal an. Dann hat er sich wahrscheinlich einfach nur verredet. Natürlich auch auf einer Bühne. Ich habe es vorher vielleicht auch klatschen gehört. Da ist man natürlich nervös und dann kann sowas schon mal passieren. Und er hat ja bereits 1855 einen ganz kleinen Satz niedergeschrieben und formuliert, der um die ganze Welt gegangen ist. Er ist sehr kurz. Ich habe ihn mitgebracht. Gott ist tot. Und dieser kleine Satz, den kennt man heutzutage überall. Sogar in Übersee, also nicht nur in Europa, auch in Amerika. Gott ist tot, denkt jeder, habe ich schon mal gehört. Die wenigsten wissen zwar, dass dieser Satz von Nietzsche kommt, aber er ist bekannt. Genau. Mit 1882 sind wir jetzt wieder auf dem richtigen Dampfer. Und es gibt noch ein paar mehr so Sätze, wo kaum einer weiß, dass sie von Nietzsche sind, die aber natürlich von Nietzsche stammen. Denn zum Beispiel, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Oder was auch so in den Volksmund übergegangen ist, jenseits von Gut und Böse. Das wird auch das eine oder andere mal gesagt. Unter anderem von Bushido in einem Album. Also dann ist es ja auf jeden Fall populär geworden. Ja, also Nietzsche einflussreicher als die meisten denken. Er ist deshalb wie ein Lauffeuer um die ganze Welt gegangen, weil Nietzsche damit etwas auf den Punkt gebracht hat, was tatsächlich in den nächsten Jahrhunderten der gesamten westlichen Hemisphäre, der westlichen Welt zum Problem werden sollte. Und mit Gott ist tot, da meint der Nietzsche nicht irgendein Ereignis, dass Gott plötzlich gestorben ist, sondern einen Prozess. Er sagt, was ich erzähle, ist die Geschichte der nächsten zwei. Also da hat Herr Ziegler auch vollkommen recht. Es ist ein Prozess und es ist etwas, das nicht Nietzsche selbst feststellt, sondern das seine Figuren feststellen. Und auch nicht etwas, dass man, also eine Aufforderung, ihn zu töten, sondern, wie gesagt, es ist eine Feststellung, Gott ist tot. Wir haben ihn getötet. Jetzt hier zu diesem Zitat. Ich habe davor auch schon mal kurz geguckt. Er hat es ja auch als Buch veröffentlicht, Nietzsche in 60 Minuten. Und darin sind immer wieder kleine Zitate, die er dann mit einer Fußnote belegt, dass man weiß, wo er das geschrieben hat. Jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Zitat aus dem Buch, der Wille zur Macht, was er ja nicht selber geschrieben hat, Nietzsche, sondern was so im Nachhinein aus seinen Aphorismen heraus entwickelt oder halt zusammengestellt wurde. Und das ist auch aus diesem ersten Buch, die Heraufkunft des Nihilismus. Aber wir haben ja eh Zeit. Es wird heute eh ein bisschen länger werden. Deswegen schauen wir einfach mal die Heraufkunft des Nihilismus. Wenn man da das geschrieben hat. Ja, ich beschreibe, es kommt die Heraufkunft des Nihilismus. Ihr seht, also nachgelassene Fragmente 87 bis 88, also zu der Zeit seines letzten großen Schaffens. Und wie gesagt, dieser Satz hat es in den Willen zur Macht geschafft. Ich bin, glaube ich, fast alle Ausgaben. Allerdings, ja, viele sagen immer, man soll das nicht so ernst nehmen, was er irgendwie im Nachlass geschrieben hat. Ich bin da allerdings anderer Meinung. Ich glaube, dass auch das, was er dort geschrieben hat, irgendwie in sein System hereingepasst hat und vielleicht auch noch in anderer Weise irgendwie noch veröffentlicht worden wäre oder nochmal in irgendeinem Werk von ihm irgendwie Einklang gefunden hätte. Deswegen auch diese Zusammenstellungen, wenn sie nicht tendenziell sind und wenn sie halbwegs neutral sind, einen Mehrwert bieten, auch wenn man es natürlich nicht als Werk von Nietzsche betrachten darf. Aber ja, deswegen, finde ich, kann man dieses Zitat durchaus so nehmen. Ich beschreibe, was kommt, was nicht mehr anders kommen kann. Die Heraufkunft des Nihilismus. Also, was er erzählt, ist, Gott ist tot, bedeutet, da geht es jetzt um die Geschichte der nächsten zwei Jahrhunderte. 1850 rum hat er es gesagt, wenn Sie hochrechnen, 1950, 2050. Ja, da ist schon wieder ein kleiner Zahlendreher. Also, wenigstens erst dabei geblieben. Aber ich finde es ganz gut, dass man hier in den Untertiteln das richtig gestellt hat. Die habe ich ja neulich auch für alle meine Hörbücher gemacht. Das heißt, wenn ich mich mal verlesen haben sollte, dann ist in den Untertiteln richtig. Wobei ich mir schon auch Mühe gegeben habe. Aber wie man sieht, kann es auch mal passieren. Es ist ein Prozess, der bis in unsere Zeit geht. Und es ist der Prozess des Aufkommens, Nihilismus und des Massen-Atheismus. Und wenn wir ehrlich sind, tatsächlich, es treten pro Jahr bis zu einer halben Million Menschen aus den Kirchen aus. Sogar im Lutherjahr sind es zahlreiche Austritte. Und man muss davon ausgehen, dass bereits in wenigen Jahren die Mehrheit, die breite Mehrheit der europäischen Bevölkerung nicht mehr in der Kirche ist. Und so gesehen war seine Vorhersage natürlich recht präzise. Der Grund, warum das passiert ist, sagt er, sind zum einen natürlich die aufkommenden Naturwissenschaften. Ja, die Naturwissenschaften, das sind alles Phänomene, die von ihm noch zum Christentum gerechnet werden. Und das Christentum insgesamt, das mit Gott natürlich den reinen Nihilismus darstellt, auch die, ja quasi die völlige Weltfremdheit, die wird jetzt eben in diesen Jahren untergehen und das sieht man heutzutage auch. Genau, deswegen fand er das auch zum Teil nicht schlecht, die Wissenschaften, weil sie dem Ganzen schneller zu Ende verhelfen, dass wieder die dionysischen und sinnlichen Werte irgendwie heraufkommen müssen. Denn, wie gesagt, diese Werte, die man aber schon auch zerstören muss, weil es so angeblich ewige Werte sind und Werte, die für sich pachten, dass sie für die Ewigkeit gelten, die muss man aktiv zerstören und dabei hilft zum Beispiel die Wissenschaft. Die Kirchenaustritte heutzutage, ja, man muss halt fragen, ob diese Menschen nur nicht mehr an diesen christlichen Gott glauben, wie er halt so von den Priestern gepredigt wird oder ob sie tatsächlich sich freigemacht haben von all den auch kulturellen Maßstäben, die das Christentum gesetzt hat. Aber, also man kann es deswegen nicht gleichsetzen, dass Kirchenaustritte gleich Untergang der Kirche, aber, weil, wie gesagt, da noch viel mehr dran hängt jetzt, aber trotz alledem ist es natürlich ein Indiz, dass Nietzsche schon auch in irgendeiner Form recht behalten hat. Also wenn es jetzt immer mehr werden würden, und die sich dem Christentum widmen würden, dann wäre das wohl sehr viel konträrer demgegenüber, was Nietzsche sagt. Sie müssen bedenken, 1850, Zeitgenosse von Nietzsche war Charles Darwin, der als erster gesagt hat, wir stammen nicht alle von Adam und Eva ab, sondern wir sind höhere Säugetiere, die durch die Evolution über die Affen, über die Hominiden langsam entstanden sind. Ja, Nietzsche hat übrigens Darwin gar nicht gemocht. Also er hat auch gesagt, selbst diese Wissenschaft ist eine Verkleinerung des Menschen, die ihn als Affen dastehen lässt. Auf der anderen Seite sagt er dann natürlich wieder, der Mensch ist ein Tier, aber alles soll dazu dienen, also alle gute Wissenschaftler, alle fröhliche Wissenschaft, wenn man will, soll dazu dienen, den Menschen zu vergrößern und ihn nicht zu verkleinern, als irgendwas darzustellen, auch wenn der Mensch an sich natürlich nur ein Tier ist. Unter anderem, das hatte er gegen Darwin einzuwenden. Nur Darwin, zahlreiche Wissenschaftler haben das alte religiöse Weltbild, in dem wir jahrtausendelang geborgen waren, ins Wanken und ins Zerbrechen gebracht. Auch noch, also das war ein irrer Aufbruch in der Medizin, in der Physik überall und zum Beispiel auch in der Medizin. Früher dachte man noch, die Pest, Cholera, diese schweren Krankheiten, insbesondere die Pest, das ist Teufelswerk, beziehungsweise das ist eine Strafe Gottes, aber noch vor 1900 hat zum Beispiel ein russischer Wissenschaftler gesagt, nein, es ist einfach nur eine bakterielle Infektion. Und alles wurde auf den Prüfstand gestellt. Ja, das stimmt natürlich. Nietzsche hat auch gelebt zu einem Zeitpunkt, an dem sich ganz vieles geändert hat, indem er nicht mehr diese angeblichen Wahrheiten für selbstverständlich genommen hat, sondern indem es wirklich Leute gaben, die dagegen aufrebelliert haben. Und gleichzeitig ist aber zu erkennen, dass mit Kant, dass mit dem deutschen Idealismus diese ewigen Ideen wirklich nochmal auf die breite Masse ausgebreitet werden, obwohl das Christentum an sich jetzt gar nicht mehr groß dahinter steckt, sondern das ist dann tatsächlich der Idealismus und diese Philosophie eben, die das Ganze verwissenschaftlicht. Also auch ganz spannend. Damals war ein ganz großer Aufbruch und immer mehr wurde gezweifelt, nicht nur an der Adam und Eva, an der jungfräulichen Empfängnis, an der ganzen Schöpfungsgeschichte, nein, am Ende auch an Gott selbst. Und jetzt sagt der Nietzsche, was übrigens nicht selbstverständlich war für Nietzsche, dass man, wenn man die Wissenschaft betreibt, quasi an Gott zweifelt, wobei es auch eins der Phänomene ist, der mit einhergeht. Deswegen war Nietzsche immer so zwischen wirklich radikaler Gegenaufklärer und radikaler Aufklärer ein sehr zwiespältiges, ambivalentes Verhältnis. Wohin ist Gott? Und dann kommt was Spannendes. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Na, da müsste man jetzt vielleicht noch dazu sagen, dass das der tolle Mensch sagt in der fröhlichen Wissenschaft. Also nicht Nietzsche selber, sondern einer, der quasi für die anderen als verrückt gilt, der vielleicht von Dionysos beflügelt die Menschen als verrückter gilt und die Menschen eben darauf anspricht. Und die anderen verstehen das noch nicht. Aber ja. Und was er damit meint, ist ganz einfach, das war nicht nur Darwin und die Naturwissenschaftler, die Gott getötet haben mit ihren neuen, welterklärenden Theorien. Nein, das waren schon wir alle, weil wir Gott die seinsstiftende Kraft entzogen haben, weil wir nicht mehr so an ihn geglaubt haben. Nietzsche war ja der erste Post... Ja, doch, kann man so sagen. Vor allem ein bisschen runtergebrochen und erst vier Minuten 27. Es folgt also noch eine ganze Stunde. Deswegen kann man das so stehen lassen. Moderne Denker, also er war auch, er schreibt sogar ein Buch, das heißt Der Antichrist. Also er war Atheist, überzeugter Atheist. Postmoderne klingt jetzt immer so negativ. Ich sage gleich noch was dazu. weil man Postmoderne direkt mit den Franzosen assoziiert, die sich dann auf Nietzsche bezogen haben und in vielerlei Hinsicht eigentlich noch mehr Nihilismus machen, als Nietzsche das lieb gewesen wäre, also kreieren. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was er sagt. Aber er war insofern natürlich Postmodern, dass er die Moderne abgelehnt hat. Aber diese Postmoderne von Nietzsche, die hat er eigentlich etwas Prämodernes. Also der wollte eigentlich wieder zu so einem fast schon griechischen Ideal zurückgehen. Das ist natürlich nicht, also er wollte nicht zurück zu irgendwas, er wollte natürlich schon was Neues, das aber inspiriert war vom Alten. Deswegen, ja. Er war auch zugleich der erste Postmoderne Denker. Warum Postmodern? Was heißt Postmodern? Was heißt Modern? Also die Moderne, darunter verstehen wir in der Regel diesen großen Aufbruch der Aufklärung. Ich finde es aber super, er trägt sehr frei vor, benutzt Bilder. Ja, war mal ernst. Der Münchner Dialekt und ich glaube, es ist Münchner Dialekt, finde ich sehr unterhaltsam, er macht das sehr spannend. Ja, eben als die Naturwissenschaften begonnen haben, als plötzlich die französischen Aufklärer Rousseau, Voltaire, Montesquieu Gewaltenteilung gefordert haben, ja, wer soll das Volk regieren, wenn ich das Volk und so weiter. Das war ein großer Aufbruch, die Aufklärung. Und die Aufklärung, Illumination, sagen die Franzosen, also die Erleuchtung, die Erhellung, das Licht der Vernunft sollte überall hinkommen. Genau, für Nietzsche was ganz Schlechtes. Auch die französische Revolution, natürlich, die für Gleichheit sorgt, vor allem für alle. Und Gleichheit ist für ihn eine Unterdrückung des Stärkeren und letztendlich wieder was Christliches und Nihilistisches. Denn die Gleichheit von allen, die lässt nichts Großes mehr zu. Und sollte sozusagen den Aberglauben, den Glauben, den Mythos und die alten Weltbilder erhellen und erleuchten. Das war die Moderne. Nietzsche ist der erste postmoderne Denker. Ihm genügt es nicht, zu sagen, also die Aufklärung war ja auch sehr kritisch, Kant, Locke, Hume, die ganzen Aufklärer waren ja auch religionskritisch. Aber Nietzsche genügt es nicht, das zu kritisieren. Er sagt, Ja, die waren halt insofern religionskritisch, dass sie die Religion schon hinterfragt haben. Also, was sind die Grenzen unseres Denkens zum Beispiel? Aber trotzdem haben sie Gott da noch meistens mit einbezogen. Das liegt unter anderem auch daran, dass es einfach noch strafbar war zu der Zeit, wenn man Gott verleugnet hat. Also, deswegen war dann meistens Fichte hat sich, glaube ich, da ganz weit aus dem Fenster gelehnt und wurde deshalb auch nicht mehr gar nicht ganz sicher auf die Lehrtätigkeit entzogen. Auf jeden Fall hat er da ziemlich Ärger gekriegt, weil ihm Atheismus vorgeworfen wurde. Also, und trotzdem hat er Gott also noch in seinen ganzen Werken immer als eine Ultima Ratio, also eine letztgültige Begründung auch als Argument hergenommen. Ja. Ja, die eigentliche Frage, die sich der Mensch in den nächsten Jahrhunderten stellen muss, das ist eine ganz andere. Was passiert denn, wenn der letzte Mensch aufgehört hat, an Gott zu glauben? Was passiert dann? Das hat ihn interessiert. Und dann sagt er eben, Zitat, seitdem der Glaube aufgehört hat, dass ein Gott die Schicksale der Welt im Großen leite, müssen die Menschen selber sich die ganze Erde um spannende Ziele stellen. hierin liegt die ungeheure Aufgabe. Genau, auch sehr schönes Zitat. Ich bin übrigens ein bisschen verschnupft, sorry, falls man es hört. Ja, dass es soll nicht mehr ein großes kulturbeherrschendes Dogma geben, das keine Werte zulässt, keine neuen und keine stärkeren Werte zulässt. Das kritisiert er so sehr am Christentum. und dass eben genau Gott die Schicksal der Welt im Großen leite. Ja, die Menschen müssen sich emanzipieren, die müssen selbst das Göttliche wieder in die Erde reinbringen. Also Nietzsche war auch kein großer Kritiker von Religion an sich, überhaupt nicht sogar, sondern hat gesagt, wenn man sich da, ja, also es kann sogar eine edle Religion geben, wie der Pantheismus der Griechen. Ja, deswegen die ungeheure Aufgabe liegt nur, diesen christlichen Gott hinter sich zu lassen. Und dadurch werden natürlich die Menschen selber wieder, indem man das Schicksal nicht mehr in die Hände Gottes gibt, sondern in die eigene Hand nimmt, da wird man selbst zu etwas Göttlichem, da wird man selbst eben zum Übermenschen kann man werden. Und das ist etwas, das Nietzsche auch erreichen will. Kennt ihr vielleicht auch, ja, der Erzengel Michael, mein Namensvetter, der, den Luzifer, den höchsten Erzengel, der sich aber irgendwann von seiner Macht besessen selbst mit Gott vergleicht und dann daraufhin schlägt ihn der Erzengel Michael in die Hölle und sagt, wer ist wie Gott, und das heißt auf Hebräisch Michael und das war eben so das Schlimmste, so der, dass sich selber mit Gott vergleichen, dass der Hochmut und Nietzsche sagt aber, nee, das ist etwas, also man soll sich jetzt nicht als Gott sehen unbedingt, aber man soll auch nicht diesen Gott unhinterfragt annehmen und, ja, quasi, man soll jetzt nicht unbedingt den Luzifer machen, aber man soll auch nicht glauben, dass es Michael gibt, der einen dafür bestraft, denn wir sind unser eigenes Schicksalsherren und wir sollen das nicht in die Hände eines nihilistischen Konstrukts legen. Also wenn wir nicht mehr geborgen sind in dem religiösen Weltbild, dass das Leben eine Aufgabe ist, die wir erfüllen müssen, um ins Paradies zu kommen, wenn das uns nicht mehr trägt, dann müssen wir selbst diese Aufgabe übernehmen. Die Menschen selbst müssen sich jetzt die ganze Erde um spannende globale Ziele geben, um die weitere Zukunft zu gestalten. Und jetzt sagt er und deshalb gilt Genau, also globale Ziele hätte er, glaube ich, nicht gesagt Nietzsche. Da war er zu partikularistisch, könnte man fast schon sagen. Also er war der Überzeugung, dass verschiedene Systeme schon sich selber behaupten und sich selber wieder ablösen sollen und die Selbstüberwindung und etwas, das zum Leben strebt, eben auch seinen Untergang wollen muss. Deswegen jetzt so ein globales Konstrukt, so im Sinne von, ich weiß nicht, schöne neue Welt. Das sind, glaube ich, von Nietzsche alles letzte Menschen, die dort leben, weil sie, ja, nur noch ihrem eigenen Wohlbefinden nachgehen und nicht mehr dieses kämpferische Leben führen. Ja, auch als postmoderner Denker haben wir ein großes Problem. Sagt die Leute, sind gar nicht reif dafür. Weil seine Zeitgenossen, sagt er, wenn er sich das anschaut, kann er immer nur einen Kopf schütteln. Die verfallen kaum, dass Gott tot ist, falschen Götzen. Und es werden neue Götzen aufgerichtet. Einer dieser Götzen, sagt er, ist der Nationalismus. Und diese ganze Deutschtüme. Ja, Götzen sind natürlich für Nietzsche alles, was in irgendeiner Form auf einem Podest steht und nicht, also als ewige Werte gilt. Und das sind eben solche Götzen, die angebildet werden, wenn die einmal umgestoßen sind und als nicht ewig dekonstruiert worden sind, dann ist wieder Platz für was Neues. Und deswegen will Nietzsche Götzen zerstören. Ich glaube jetzt nicht, dass er den Nationalismus als einen dieser Götzen bezeichnet, oder die Deutschtümelei. Aber natürlich, wenn man da jetzt ein bisschen wohlwollend rangeht, dann ist das natürlich auch etwas, das Nietzsche gar nicht toll fand, weil er eben gemeint hat, Nationalismus gerade eben, dass ein großer Staat über ein ganzes Volk herrscht und das Volk ist so nicht mehr wirklich frei, sondern der Staat sagt auf einmal, er ist das Volk. Da gibt es diese ganz bekannte Szene, auch aus Also sprach Zarathustra, wo er gegen den Staat ein bisschen hetzt, was auch ganz gut zu lesen ist. Für die Libertären unter euch bestimmt ganz spannend. Also, ja, das fand er eben nicht so toll und auch die Deutschtümelei, weil er eben in den Deutschen das Volk von Luther, vom Idealismus gesehen hat, von der Abschaffung der Renaissance. Deswegen hat er die ja an sich so nicht mögen und dass man ihn dann kaum gelesen hat und dass es dann auch das Land von Richard Wagner und Arthur Schopenhauer war, die er dann beide auch überwunden hat, dann fand er das natürlich alles nicht mehr so toll. Nichtsdestotrotz war er natürlich auch, er war in einer Burschenschaft, er hat auch im Krieg gegen Frankreich als Sanitäter gearbeitet und hat dort ganz schlimme Dinge erlebt, die ihn auch gezeichnet haben. Nichtsdestotrotz war am Ende noch für den Krieg, aber er hat eben gemeint, dieser Völkerhass und das ganze, ja, Staatskonstrukt über einem Volk, das hat er sehr abgelehnt. Er selber wollte dann auch lieber Pole sein, weil er ja, die als nicht so nihilistisch betrachtet hat. Ich glaube, das habe ich euch schon mal erzählt, aber er hat einfach als Kind, hat seine Schwester gesagt, hey, schau mal, das schaut aus wie du und das waren Pole und dann hat er für sich einfach immer behauptet, Njetzki zu heißen und von Polen abzustammen und Njetzki hat er gemeint, das würde für Nihilismus stehen. Also, seine Vorfahren wären Polen, was so aber alles gar nicht stimmt. Leih, das ging damals schon los. Wissen Sie, 1870, die Reichsgründung und alles, das war so die Zeit, sagt er, die Deutschtümelei geht ihm dermaßen auf die Nerven und wenn es überhaupt ein Volk gibt, das stolz sein darf, patriotisch sein darf, auf seine Kultur stolz sein darf, dann sind es die Franzosen. Oder die Polen oder die Juden, also, da hat er schon, er hat schon den Völkern gedacht, aber, ich glaube, also die Definition von Volk, von Njetzki, die hat sich jetzt nicht auf, die hat sich, glaube ich, eher auf Kultur berufen und jetzt nicht unbedingt auf, was weiß ich, Sprache oder Blut sowieso nicht, ja, nur die Deutschen, wie gesagt, hat er so nicht mögen, aber Franzosen fand er echt nicht schlecht auch und die Polen sowieso auch nicht. Und dann sagt er, hier, gibt es irgendeinen Gedanken hinter diesem Hornvieh-Nationalismus? Welchen Wert könnte es haben, jetzt, wo alles auf größere und gemeinsame Interessen hinweist, diese ruppigen Selbstgefühle auf? Ja, auch ein sehr bekanntes Zitat von Njetzki, Hornvieh-Nationalismus, das wurde natürlich auch immer dann, als Njetzki, sag ich mal, wieder erobert wurde, von, nachdem er als lange Zeit im Giftschrank war und als Philosoph der Nationalsozialisten gegolten hat, in der DDR waren die Bücher zu verkaufen, also von Njetzki war verboten, ziemlich krass, also man durfte seine schon noch behalten, die man hatte, aber man durfte keine neuen erwerben und ja, deswegen hat man dann, als man ihn so ein bisschen wieder zurückgekämpft hat für den normalen Bürger, hat es dieses Zitat auch ziemlich durch die Decke gegangen, ja, was man so auch sagen kann, wie gesagt, die Verbindung Njetzki zum Nationalsozialismus ist sehr komplex und ich finde, da darf man auch, also wenn man fair damit umgeht, dann muss man auch sagen, dass die zwei nichts miteinander zu tun haben, natürlich gibt es einige Gedanken, die sie sich bemächtigt haben, aber auch zu Unrecht und das, wenn man genauer hinschaut, er auch keine große Rolle in diesem ideologischen System gespielt hat. Ja, da wurde eben viel daraus gemacht, aber dann eben das einfach so in die Ecke zu stellen und ihn nicht mehr lesen zu dürfen oder sowas, ist halt absoluter Quatsch, weil am besten bildet man sich sein eigenes Bild und dann wird man schon darauf stoßen, was die Gründe sind, warum man ihn da nicht so einfach vereinnahmen darf. Abgesehen davon, es natürlich baut alles aufeinander irgendwie auf und man könnte zum Beispiel auch Luther so in einer direkten Verbindung sehen, was heutzutage auch kaum jemand macht, aber es wird eben allen, wie ich finde, nicht gerecht, weil Nietzsche so ein freiheitlicher Denker war, den man in viele Ecken sowieso immer schon stecken konnte und das könnte man auch in Zukunft noch. Und ja, wie gesagt, nochmal zum Faschismus, muss ich sagen, ja, in gewisser Weise hat er da vielleicht einige Gedanken gedacht, die so später auch im Faschismus weiterentwickelt worden sind, zum Beispiel, dass die Selbstbehauptung der Krieg etwas, ja, etwas ist, dass ein Erlebnis, das einen irgendwie seiner Macht bewusst werden lässt oder einen stark macht, aber Nationalsozialismus tatsächlich noch viel weniger. Ein Beispiel dafür ist eben dieses Zitat mit dem Hornfinationalismus. Wenn man Nietzsche jetzt in kurzer Zeit ja, für den Leser interessant machen möchte, dann kann man dieses Zitat auf jeden Fall reinbringen. So stacheln. Und ihn hat das immer genervt, diese Burschenschaften, diese Denkenbewegungen, diese marschierenden Dinge, das... Wie gesagt, er war selber in einer und die Burschenschaften haben ihn jetzt, glaube ich, nicht so aufgeregt, aber die waren ihm auch ein bisschen zu stumpf. Also das waren für ihn halt ein paar so Hautrauftypen, die Bier getrunken haben und er selber hat ja für sich ein sehr viel explosiveres Schicksal gesehen. Ja, deswegen... Die Tue mit dem Kaiser, das ist ihm auf die Nerven gegangen, weil er sagt, krass... Übrigens, in dieser Studentenrevolution 1848-49, wo sich ja auch die ganzen Studentenverbindungen dann gegründet haben, davor und danach, da war Richard Wagner auch auf den Barrikaden in Dresden. Also allein deswegen hat er das, glaube ich, besonders am Anfang seiner Zeit nicht verteufelt. Gegen Ende hat er natürlich nochmal vieles verworfen, was er in der Mitte seines Lebens nicht so toll fand. Es ist nur ein neuer Götze. Gott ist tot, wir haben den Sinn nicht mehr durch die Religion, jetzt wollen wir uns den Sinn geben, indem wir sagen, wir sind Deutsche oder indem wir sagen, wir sind Franzosen oder Engländer. Und das ist falsch. Der nächste große Götze, sagt er, und der ist noch schlimmer, ist, dass die Leute jetzt ihren Selbstwert, nach dem Gott tot ist, daraus bekommen wollen, dass sie höher stehen als andere und sich dadurch auch immerhin auch im Zeitalter des Nihilismus noch ein bisschen wichtig fühlen dürfen. Und da suchen sich die Rassisten immer irgendein. Ja, okay, ich glaube, da widerspreche ich jetzt ganz vehement, denn das Bessersein als etwas, was sich besser fühlen und das Bessersein wollen, das ist schon etwas, was Nietzsche in seiner Philosophie bejaht, bevorzugt und ermöglicht. Und, ja, indem er zum Beispiel sagt, so, dieses eine Volk, das ist ein lebendes Volk und das ist ein mächtiges Volk und das andere ist dem Untergang geweiht und das ist nihilistisch, da ist schon so etwas wie eine Rangabstufung und die sieht er auch in den Werten. Also, es gibt bessere, es gibt stärkere und es gibt schwächere, schlechte Werte und die einen sind den anderen natürlich zu bevorzugen. Ja, er wird das jetzt nicht auf Rassen oder sowas konzipieren, sondern eben, es geht immer um Kultur. Es geht um kulturelle Errungenschaften. Das ist wichtig zu betonen. ... eine Gruppe, in dem Fall die Antisemiten und da sagt der Nietzsche, die Antisemiten vergeben es den Juden nicht, dass die Juden Geist haben und Geld. Der Antisemitismus ist ein Name der schlecht Weggekommenen. Es gibt gar keine Unversorgung. Ich glaube, das ist jetzt ähnlich wie mit dem Hornvieh-Nationalismus, dass man da Nietzsche ein bisschen verteidigen muss gegen das, was ja auch laut Marktschreiern aus ihm gemacht wurde, obwohl er jetzt nicht weiter eben von dieser Ideologie auch groß vereinnahmt wurde. Die Nietzsche, das Nietzsche, na, wie heißt's, das Nietzsche-Archiv, das wurde von Nationalsozialisten ab 1932 ziemlich doll besetzt, auch schon davor ein bisschen, gibt's das Zitat von einem Amerikaner, der dort war, der gesagt hat, dass bis auf Elisabeth Förster Nietzsche, die die einzig deutsch-nationale dort noch ist, nur noch Nationalsozialisten dort sind. Das hat unter anderem einen Oswald Spengler veranlasst, aus dem Nietzsche-Archiv auszutreten. Ja, also, das war zwar besetzt von denen, aber sie haben da jetzt nicht den Vordenker des Nationalsozialismus draus machen können, das ging einfach überhaupt nicht und danach hat man's dann halt wieder anders besetzt und es gab ja auch dann diese kritische Gesamtausgabe und ja, also, deswegen finde ich dieses Kapitel, damit muss man sich beschäftigen, aber das ist hoffentlich heutzutage schon so weit durchgearbeitet, dass man das vielleicht in den nächsten Jahren mal abschließen kann. Ja, dem Antisemiten ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie er später sich tatsächlich gegen den Antisemitismus gestellt hat, gegen die Antisemiterei, wie er sagt, von Wagner und auch von seiner Schwester, die vor allem aber von ihrem Mann, von dem Herrn Förster inspiriert war und verstärkt wurde, der tatsächlich ein glühender Antisemit war. Der Antisemitismus auch damals als Massenbewegung ja, en vogue geworden, möchte man sagen, also gab's Unterschriftensammlungen, die unter anderem auch Elisabeth Förster dann ja, mit veranlasst hat, aufbestreben ihres Mannes hin als Organisationstalent. Also Frauen hatten damals auch, waren sehr darauf angewiesen, was der Mann so sagt und macht. Nietzsche auch ein großer Antifeminist, der sagt, ja, es sind die Begleitpersonen so in etwa. Ja, man muss das alles im Geiste der Zeit sehen. Allerdings Nietzsche auch als Jugendlicher auch sehr viele antisemitische Aussagen getätigt, auch später noch, mit Richard Wagner hat er sich sehr oft zu antisemitischen Sachen, die er gesagt hat, eben verleiten lassen. Er meinte auch in der Genealogie der Moral, dass die Juden für das Christentum verantwortlich sind und aus Rache daran, dass sie versklavt worden sind in Ägypten und das hat er ihnen am Anfang sehr übel genommen so, aber er hat es später dann so interpretiert, dass das eine Rache eines sehr geistigen Volks wäre, die sich eben mit ihrem Überlebenswillen so, ja, dass es quasi ein Überlebenswille und eine Rache war und dass sie noch heute einen sehr starken Geist haben und sehr, ja, fast schon vielleicht eine Art Herrscherkaste auch ausmachen, da sie sich nicht zu solchen stumpfen Gleichheits- und Volksbewegungen veranlassen oder quasi überreden lassen von irgendwelchen Rädelsführern, wie das eben in Deutschland der Fall war. Damit weiter, sorry für die lange Ausführung. Schämtere und stupidere Bande in Deutschland als diese Antisemiten. Ich meine, der Nietzsche schimpft auf sehr vieles, aber die Antisemiten, das hatte er ganz dick, er war ja mit Wagner dann eine Zeit lang befreundet, bevor sie sich natürlich zerstritten haben und das schreibt er auch mal, in letzter Zeit ist Wagner unerträglich, diese ständige Antisemiterei. Ja, da haben wir sogar Antisemiterei, ich finde es auch gut, wie er gesagt hat, natürlich hat er sich mit Wagner verstritten, weil er sich mit allen verstreitet und sie überwindet in seinen Augen, aber aus einer philosophischen Sicht nicht nur in seinen Augen, sondern ganz objektiv überwindet. Mieterei, er ist fast so schlimm wie meine Schwester und weil das war ihm zutiefst zuwider, weil er sagt, Gott ist tot, jetzt müssen wir aus uns selbst schöpfen und da kann doch nicht sein, dass man seinen Selbstwert aus sowas herleitet. Sie sehen schon, Nietzsche war alles andere als ein Nazi. Jede Vereinnahmung in dieser Richtung ist nicht möglich angesichts dieser Aussagen von Nietzsche und das Einzige, was Hitler wirklich von Nietzsche hatte und eins zu eins übernehmen konnte, war der Original-Spazierstock von Nietzsche, den hatte ihn nämlich, nachdem Nietzsche schon tot war, die Schwester von Nietzsche. Ja, das hat sie 1934 gemacht, glaube ich. 1935 ist auch Elisabeth Nietzsche, oder Förster Nietzsche, zu diesem Zeitpunkt gestorben. Ja, das hat sie einfach deswegen gemacht, weil, da wie gesagt, viele Nationalsozialisten unterwegs waren und Hitler auch zu Besuch gekommen ist, der dann auch auf dem Begräbnis von Elisabeth Förster Nietzsche war und sie einfach gedacht hat, ja, wenn ich Nietzsche nur zu genug Ruhm verhelfen kann, ihrem Bruder, dann hat, ja, ist das der wesentliche Teil ihres Lebens, ihrer Lebensaufgabe damit erreicht, was da dann tatsächlich daraus geworden ist. Ja, weiß ich nicht, wie, wie sehr man Elisabeth Förster Nietzsche dafür ja, angreinlassen darf, dass sie das nicht gesehen hat, aber, ja, dass quasi Nietzsche's Spazierstock an Hitler ging, das ist auch etwas, was dann oftmals irgendwie vorgehalten wird, kann Nietzsche aber auch relativ wenig dafür, wie der Herr Ziegler gerade auch sehr schön ausformuliert hat. Nietzsche hat Hitler diesen Spazierstock geschenkt, aber gelesen hat er ihn ziemlich sicher überhaupt nicht. Genau, kann man überhaupt keine Rede von ihm vor. Gut, dann sagt er, ja, ein anderer großer Götze, ist jetzt auch noch da, der die nächsten Jahrhunderte vielleicht eine Rolle spielt, er war ja politisch wahnsinnig weitsichtig, und er sagt, das ist der Sozialismus, der Sozialismus. Genau, ähnlich wie der Nationalismus, er macht die Menschen gleich und Gleichheit will Nietzsche nicht, auf gar keinen Fall. Jetzt kann man hier gerade schon ein bisschen weiterlesen, ja, Karl Marx, Kommunistisch Manifest, kommt natürlich auch aus der Zeit und war auch so eine große Bewegung des Gleichheitsdenkens. Nietzsche, das übrigens auch gegen Menschenrechte, gegen insgesamt solche, ja, fast schon global gedachte, universalistische Ideologien, die eben alles gleich machen wollen und alles unter einen Namen setzen. Ja, er war deshalb auch dagegen, ich glaube, Nietzsches Traumwelt darf man sich ein bisschen so vorstellen, wie das antike Griechenland, allerdings mit schon den Mitteln unserer Zeit. ein modernes, antikes Griechenland quasi. Die Welt regiert in Polis und ja, nicht rätedemokratisch oder räterepublikanisch, sondern einfach so die größtmögliche Freiheit für jeden Menschen und ja, denn natürlich gibt es auch Verträge in dieser Welt, denn die starken und mächtigen Menschen, die müssen sich auch Verträge gegenseitig machen, dass sie sich nicht irgendwie auslöschen oder so. Der Mensch ist auch nicht in Nietzsches Augen grundsätzlich brutal oder böse und will allen Menschen das Schlechte, sondern er lebt einfach sein Leben im Sinne des Willens zur Macht und diese Freiheit sollte er auch haben und dass diese Freiheit möglich ist, dafür darf es keine so großen staatlichen Konstrukte geben, die den Menschen quasi Rahmenbedingungen setzen. Meines Erachtens ist das Nietzsches Traumwelt. Sie wissen, 1848 Karl Marx kommunistisches Manifest hat dann natürlich mitbekommen, diese Bewegung, obwohl es noch keinen einzigen sozialistischen Staat gab, aber seine Prognose war damals schon negativ. Er sagt, der Sozialismus begehrt eine Fülle von Staatsgewalt, wie sie nur je der Despotismus gehabt hat. Ja, er überbietet alles Vergangene dadurch, dass er die förmliche Vernichtung des Individuums anstrebt und er treibt den halb gebildeten Massen das Wort Gerechtigkeit wie einen Nagel in den Kopf, um sie ihres Verstandes völlig zu berauben. Genau, also es geht nur um Gerechtigkeit und vor dem Recht ist auch jeder Mensch gleich. Nietzsches auch natürlich nicht. Also er hat auch den Sozialismus als neuen Götzen kritisiert, weil er sagt, die streben eine despotische Staatsgewalt an. Da regiert dann nur noch die Partei und die Partei hat immer Recht und es kommt zu einer Gleichschaltung aller Individuen. Und da sagt er, der Sozialismus kann nicht funktionieren, weil der Mensch nicht gleich. Die Partei, die hat immer Recht, denn wie geht's weiter? Schreibt's in die Kommentare. Ist auf jeden Fall etwas, die Menschheit ist dumm oder schlecht, die Partei hat immer Recht. Ist. Wir sind nicht alle gleich. und gerade Nietzsche war ja der Individualismus ganz wichtig und er sagt, wenn wir allen gleich viel Geld geben, alle gleich schalten, das kann nicht gut gehen. Und diese Abschaffung des Individuums wird sich rächen. Aber deshalb ist für ihn auch der Sozialismus eine neue Ja, finde ich ein sehr guter Vortrag. Religion, er sagt, ja gut, Gott ist tot, jetzt glauben die Leute nicht mehr, dass sie ins Paradies kommen. Was macht man? Man verspricht ihnen ein Arbeiter Paradies und gibt ein weltliches Heilsversprechen anstatt des metaphysischen Heilsversprechen weltlich. Aber es funktioniert auch nicht. Er sagt, es ist auch schlecht, wenn man sich an diesen Götzen hält. Und der vierte große Götze, meine Damen jetzt bin ich selber aus dem Konzept, jetzt bin ich gespannt, was es gleich ist. Aber ja, natürlich die Heilsversprechen auf der Erde, die jetzt zwar vielleicht kein Himmelreich einem anbieten, aber dafür das Himmelreich auf Erden versetzen, ist natürlich ähnlicher Idealismus, den er ablehnt. Es ist der, an den wir heute glauben. Na gut, der Kapitalismus, ja, auch das etwas, was Nietzsche sehr kritisiert, denn es geht Nietzsche nicht darum, mit diesem größtmöglichen Machtdenken, dass man, ja, man darf das nicht verstehen wie der Allerstärkste, der jetzt alle umhaut oder der Allerreichste, der sich alle kaufen kann und damit am meisten Macht hat, sondern es ist mehr ein intrinsisches Gefühl und Handeln und ein instinktives Erfahren von der Welt und ein Sich-Durchsetzen, ein kämpferisches, antagonistisches Leben, würde ich sagen, anstatt ebenso ein stumpfes Machtdenken. Ich denke mal, dass der Herr Ziegler darauf auch gleich hinaus will. Jawohl, der Kapitalismus. Zitat, Der Handeltreibende fragt bei allem, was geschaffen wird, nach Angebot und Nachfrage, um für sich den Wert einer Sache festzusetzen. Dieses zum Charakteristikum einer ganzen Kultur gemacht, das ist es, worauf ihr Menschen des nächsten Jahrhunderts stolz sein werdet. Ist natürlich auch krass, weil damals war ja Globalisierung Kapitalismus so in den Ansätzen schon da, aber noch nicht so entfaltet. Aber er sagt, ja, auch von den Händlern hat das ja mal so sprach Zarathustra. Genau, da tun sich auch immer Liberale und Nicht-Liberale gegenseitig dann einzelne Zitate an den Kopf werfen. Aber als Nietzscheaner steht man natürlich überall dem und wirft beiden beides vor. Wir könnten jetzt dieses Zitat auch noch mal suchen, wo das genau steht und was in diesen Lücken steht. Aber wir sind jetzt einfach mal so obwohl wir machen das. Wir müssen ja bloß nach etwas suchen, was vielleicht Charakteristikum meiner ganzen Kultur nachschauen wir jetzt mal. Oh, habe ich falsch geschrieben. Sodele. Also das findet man ja, gut, ich finde es jetzt nicht direkt. Ist die Frage, ob wir dem jetzt einfach mal vertrauen oder so noch mal nach der Handel treibende. Dann finden wir es vielleicht. Vielleicht habe ich noch mal was falsch geschrieben. Das Zitat noch mal der Handel fragt bei allem was geschah nach Angebot und Nachfrage. Er versucht alles zu taxieren. Das ist auf jeden Fall schon mal so ähnlich. Auch hier ihr seht natürlich das sind alles Zitate die schon gegen ja hier kann man vielleicht auch noch mal ganz gut sehen was ich vorher versucht habe auszudrücken. Menschen mit einer noch natürlicher Natur Barbaren in jedem furchtbaren Verstande des Wortes Raubmenschen noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden warfen sich auf schwächere gesittetere friedlichere vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen. Also gut Rasse wurde damals auch nicht unbedingt so biologisch verwendet sondern auch damit war etwas gemein was wir vielleicht als Volk aber jetzt ohne das staatliche Konstrukt verstehen und ja also dass es da durchaus stärkere schwächere unterschiedliche eben gibt die sich dann auch gegenseitig dran kriegen. Also ansonsten finde ich das Zitat leider nicht sehr schade müsste man jetzt im Buch nachgucken einfach welche Fußnote er da gesetzt hat. Der Handlungstreibende der Geschäftsmann oder der Kapitalist oder Unternehmer ist egal der bemisst alles nur danach was die Ware für einen Wert hat auf dem Markt nach Angebot und Nachfrage der vermietet eine Wohnung so teuer wie es irgendwie geht dass er noch Mieter findet oder verkauft sie ist und alles wird nur nach Angebot und Nachfrage genau also diese ganzen kapitalistischen Sachen die haben für Nietzsche nichts mit dem Übermenschen oder mit Wille zur Macht zu tun sondern das sind Markt Bestrebungen die auf die man sich jetzt nicht so konzentrieren sollte das ist einfach nicht so wichtig bestimmt es gibt keine anderen Prinzipien der Gerechtigkeit mehr und werden sich nur noch danach bemessen wie viel sie erreicht haben die fliegen des marktes lautet glaube ich das kapitel aus dem zarathustra reich sie sind und so weit oder auch das werden wir jetzt nachschauen fliegen des marktes ja von den fliegen des marktes genau fliege mein freund in deine einsamkeit ich sehe dich betäubt vom lerne der großen männer und zerstochen von den stacheln der kleinen ja also die werden die einsamkeit gehen und nicht diese giftigen fliegen die sich auf dem markt tummeln zu sehen genau dem geht es die lassen sich kaufen dem geht es nur ums geld das ist nichts worauf sich der übermensch einlassen will und bieten den schnöden mammern Geld an und es ist genauso eine gottgötzen verehrung wie der sozialismus und der nationalismus und ja es ist nicht genau die gleiche verehrung es ist ein bisschen was anderes aber alle drei dinge hätte Nietzsche jetzt in diesen formen abgelehnt deswegen ja diese götzen haben deshalb eine chance sagt der Nietzsche weil sie uns trösten weil es nicht leicht ist den nihilismus den kalten hauch des nihilismus auszuhalten nachdem gott tot ist darum trösten wir uns und jetzt stellt er die frage wie wie trösten wir uns die mörder aller mörder müssen wir nicht selbst zu göttern werden okay das video wird sehr lange dauern aber ich will auch das zitat jetzt noch mal suchen und dann wissen was da was sache ist also wie trösten wir uns mal schauen ob wir das diesmal finden okay wer seht das sind jetzt hier ganz viele ähm tun wir einfach noch Mörder alle machen jetzt auf Mörder okay und jetzt zu kopieren wir das und ich suche nochmal auf der Seite achso es kommt ja nicht zusammen vor tun wir halt hier oben das nochmal weg ja auch das Zitat finde ich jetzt nicht direkt ist natürlich sehr schade denn ähm dann hätte man vielleicht auch noch den Kontext ein bisschen mehr sehen können und auch wissen können was da dazwischen steckt wir sitzen natürlich in dem Werk das ich euch letzte Woche vorgestellt habe ähm ich bin Dynamit von dieser norwegisch-britischen Dame dessen Name ich ganz schwer aussprechen kann Solbredue ähm auch die hat anscheinend einige kleine Fehler eingebaut äh in ihrem Buch und hat da eben nicht viel mit Quellen belegt und das ist sehr schade und deshalb wurde sie auch ähm ja sehr kritisiert das kann man eben indem man eine kurze Fußnote macht leicht beheben das ähm weiß ich dass er das in den Büchern gemacht hat deswegen finde ich es gerade schade dass es nicht in dem Vortrag auch so ist das ist jetzt die zentrale Frage und das ist eine postmoderne Frage wie geht es denn jetzt weiter nachdem Gott seine seinsstiftende Kraft verloren hat und immer weniger Leute da in die Kirchen gehen und ihre ganze Weltbild daraus beziehen wie geht es weiter wie trösten wir uns die Mörder aller Mörder und müssen wir nicht selbst zu Göttern werden und hier lautet seine Antwort ein klares Ja wir müssen jetzt selbst die Schicksale dieser Welt in unsere Hand nehmen da haben wir jetzt nochmal Perfektes was ich ähm schon vorhin angesprochen habe also ja durch den Tod Gottes wieder das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen wie ich finde trotzdem ähm obwohl ich das jetzt sehr kritisiert habe mit den Zitaten ähm finde ich immer noch die Themenauswahl bis jetzt absolut klasse und bestimmt kommen noch andere Themen wie Übermensch muss auf jeden Fall noch behandeln der Herr Ziegler und ähm vielleicht auch Selbstüberwindung oder das Dionysische das Apollinische bestimmt auch noch sein Verhältnis zur Antike ja mal gucken was danach kommt Hand nehmen wir müssen jetzt diese große Aufgabe übernehmen nur das Problem ist eben darum werden ja die Götzen immer wieder hervorgezaubert wir sind noch gar nicht in der Lage dazu sagt er es reicht noch nicht wir haben noch nicht die Kraft diese Aufgabe zu übernehmen aber wir müssen da hinkommen denn tot sind alle Götter nun wollen wir dass der Übermensch lebe und damit werden wir uns jetzt dann befassen genau der Übermensch eben der ist selber kein Gott ähm das will er auch nicht sein weil Gott ist ja dann schon wieder vielleicht was Götzenmäßiges auch die Götter im antiken Griechentum waren ja viel weniger solche so ja Art von Götter wie wir sie uns heute vorstellen als ähm völlig ja nicht von dieser Welt sondern als irgendeinem auf einem Podest stehend und unhinterfragbar und wir dürfen uns kein Bild davon machen sondern die Götter des antiken Griechentums waren ja wie er in der Genealogie der Moral schreibt wie eine Art Vorfahren der Menschen behandelt und haben auch selber oft immer ins Geschehen eingegriffen und wollten sehen was passiert und haben Kinder gezeugt also ja eine ganz andere Art von Gott wie wir sie uns heute denken was ist denn dieser Übermensch wohin sollen wir nach Nietzsche gehen aber Sie sehen wie aktuell das eigentlich ist ja also er ist schon nah dran deswegen ist er eben der postmoderne Denker gut bereits als 25-Jähriger als junger Kerl hat Nietzsche den Schlüssel zum Verständnis der ganzen Welt gefunden glaubt ihn entdeckt zu haben und wissen Sie wo? wo er diesen Schlüssel gefunden hat ausgerechnet in der alten griechischen Tragödie er sagt diese alten Nummern diese alten griechischen Tragöden wunderschön den Bogen gespannt jetzt eben zur griechischen Tragödie die ja für Nietzsche eben das höchste kulturelle Ding überhaupt war in dem sich apollinisches und dionysisches Kunstschaffen das vereint hat und ja genau sowas sollten wir eigentlich auch nochmal irgendwann anstreben die haben erkannt was Menschsein und was auch die ganze Welt im Wesentlichen ausmacht denn in diesen alten Tragödien gibt es immer nur zwei große Prinzipien also der Held der kämpft und macht und ist immer hin und her gerissen zwischen dem dionysischen und dem apollinischen Prinzip also ich habe noch ein Zitat dabei da sagt er es gibt zwei Zustände in denen die Kunst also das Theater selbst wie eine Naturgewalt im Menschen auftritt einmal als Zwang zur Vision genau die zwei großen Willenstriebe einmal der Traum und der Rausch sagt er in der dionysischen Weltanschauung der Traum das Bildnerische auch etwas Schöpferisches die Vision etwas Bilden etwas Kreieren die Vernunft und etwas ja Bildnerisches zu ja erschaffen und das andere der Zwang zum Orgasmus das Dionysische das Willenhafte das Triebhafte das Chaos das Blinde das Verrückte das Rauschhafte ja zwei ganz spannende und zentrale Themen bei Nietzsche-Fordern und andererseits als Zwang zum Orgasmus Nietzsche würde sagen in jedem von uns jetzt nicht nur im Held in der griechischen Antike sondern auch in jedem von uns stecken zwei Prinzipien die erkläre ich kurz das eine ist das Apollinische Prinzip das nennt er hier der der Zwang zur Vision also wir wollen Visionen haben wir wollen die Welt planen wir wollen die Welt gestalten das nennt er das Apollinische Prinzip nach dem Gott Apoll Apollon griechischer Gott war der Gott der Zukunftsplanung auch der Weissagung der Gott der Vernunft er war der strahlende Gott der Städtegründung es war mit einem Wort ein Macher würden wir heute sagen aber auch ein sehr gut gealtert heute sagen wir noch dass er ein Macher ist aber ja eben genau Apollon das auch ein künstlerischer Gott eben genauso wie Dionysos die zwei auch sich mit dieser mit diesem gesamten Griechentum zu beschäftigen mit den griechischen Helden sagen aber auch mit den griechischen Göttern das ist etwas das einen Nietzsche tatsächlich viel besser verstehen lässt also er selbst war ja Philologe und hat sich ja ganz wissenschaftlich mit diesen ganzen Texten auch beschäftigt bevor er ins Philosophische abgekleidet ist aber das war auch so seine Phase nachdem er eben die Philologie schon ein bisschen überwunden hatte dass er eben auch aus diesem philologischen Gedanken eben auch das Dionysische das Apollonische entdeckt hat und das war auch der Beginn seiner Philosophie tatsächlich deswegen schadet es auch nie sich mit ja den antiken Griechen und den Fabeln und den Göttern zu beschäftigen das finde ich auch deswegen ganz cool weil es auch wahnsinnig spannend ist und wahnsinnig Spaß macht sich mit dieser Götterkunde irgendwie ein bisschen auszukennen also mach das auf jeden Fall der geplant und strukturiert hat also das Apollonische Prinzip steht für das vernünftig Planende im Menschen aber gleichzeitig gibt es auch noch Dionysos den kennen wahrscheinlich alle den guten Gott des Rausches also Gott des Weines nicht des Rausches des Weines sekundär des Rausches wenn man ja wollte ich gerade sagen auch des Rausches ganz lustig Nietzsche der Alkohol ganz arg verteufelt aber dem gesagt den Rausch den kann man sich auch anders holen also jetzt nicht mit Drogen sondern eben zum Beispiel durch die Musik oder so zu übertreiben und Dionysos hat auch natürlich er steht auch für die Kreativität für das Chaotische für das rein Gefühlsmäßige für die Leidenschaft für das Leidenschaftliche das Wissen auf den Abbildungen ist er ja auch immer mit Frauen und Wein und diese zwei Prinzipien kämpfen in jedem Menschen und blonden Locken und ja eine keine keine wirklich super männliche Figur die jetzt irgendwie gegen irgendetwas kämpft sondern seine Waffen waren andere gegeneinander und auch in der klassischen Tragödie also es ist ja oft so dass wir was planen und machen und im letzten Moment machen wir es dann doch anders weil wir aus irgendeinem Grund wir wissen zwar das wäre jetzt vernünftig und was wir tun ist unvernünftig aber wir machen es doch und so muss man sich vorstellen dass das Apollinische immer erstmal versucht die Welt zu gestalten und dann bringt es das Dionysische wieder alles zum Tanzen alles zum Tanzen ja zeige ich euch mal eine ganz lustige Geschichte dazu ich war mal im Theaterstück in Wien hier im Die Backchen von Eiskulos Eiskulos war ein antiker ja Tragödiendichter der später nach Theben gegangen ist am Ende seines Lebens da war er schon 80 und da hat er die die Backchen eben gedichtet was sogar eines der meist aufgeführten Stücke glaube ich sogar der Welt ist und das ist deshalb auch ganz spannend weil ja wie es die Geschichte darin erzählt wird also ich versuche die euch mal kurz zusammenzufassen da gibt es eben die Stadt Theben und darin gibt es einen König der heißt Pentheus glaube ich und Dionysos kommt dorthin also Dionysos auf Latein ist Bacchus Dionysos kommt auf jeden Fall hin und weil seine Mutter dort in der Nähe begraben liegt denn seine Mutter war eine Frau des Königs von Theben damals und Zeus hat einen Blitz auf sie drauf geworfen deswegen ist sie schwanger geworden hat direkt ein Kind bekommen und ist dann gestorben daraufhin hat Zeus um das vor seiner Frau zu verstecken in seinem Oberschenkel versteckt und groß werden lassen aber die Schwestern von Dionysos also die mit dem König gezeugt worden sind die haben das ihm nie geglaubt und deswegen hat Dionysos sie verrückt gemacht hat sie wild gemacht und sie sind mit efeu begrenzten Lanzen was auch sein Merkmal ist und ich glaube Rinderhaut oder einer Haut auf jeden Fall von Wild über sich in die Wälder gegangen und auf jeden Fall Dionysos geht zu diesem König und keiner glaubt ihm dass er ein Gott ist oder dass dieser Gott irgendwie existiert Entschuldigung die Erkältung und daraufhin beschließt er seine Macht zeigen sich am König zu rächen dass der ihn nicht wahrhaben will denn das Dionysische kommt aus Kleinasien aus Persien und überall dort wurden Dionysien schon gefeiert und nur eben in Griechenland da noch nicht so und der kommt dann eben und sagt ja schau das sind diese Schwestern die eben draußen völlig verrückt agieren und tanzen und einander singen und auch die Tiere machen irgendwie mit und irgendwelche Bauern sehen das schon und als dann ein Bauer einen dieser Frauen berührt werden die völlig wahnsinnig die Bauern können gerade noch fliehen und die Frauen zerfetzen dann die Rinder und die Tiere mit bloßen Händen und das will dann der König sich anschauen und Dionysus überredet ihn dass er auch sich verkleidet weil er ihn halt sozial kaputt machen will sozial ächten will aber dieser König macht das dieser Pantheus und macht sich da schon zum Gespött und wird dann schließlich weil Dionysus auch seine Mutter gemacht hat von diesen Frauen als er doch sich bemerkbar macht zerrissen und seine Mutter steckt dann den Kopf weil sie denkt das wäre ein Löwe steckt dann den Kopf von Matthias auf ihren Stab und geht zurück nach Theben und denkt dass sie super erfolgreich bei der Jagd war und will das ihrem Sohn präsentieren merkt dann aber dass also nachdem ihr lange zugeredet wird und sie es dann irgendwann sie es natürlich die ganze Zeit nicht wahrhaben will merkt sie dass das ihr eigener Sohn ist und das ist die grausame Rache des Dionysus und da sieht man schon dieses Verrückte das Rauschhafte wie das einfach ja was für eine wahnsinnig wichtige Rolle das spielt ganz spannend ich sehe gerade der Herr Ziegler nimmt Oedipus jetzt als Beispiel um das zu erklären bin ich mal gespannt wie er das macht aber auch da gehandelt es sich natürlich um eine Mutter und um das Rauschhafte das alles vergessen lässt also vor dem Dionysus vor dem Rauschhaften gibt es kein Alt und kein Jung da gibt es kein Reich und kein Arm selbst die Tiere machen irgendwie mit und es gibt nur noch dieses chaotische Rauschhafte sich treiben lassen Willenhafte das Nietzsche eben auch als etwas ganz arg Schöpferisches ansieht und das er später zu seinem Haupt ja Hauptmittel wird den Nihilismus des Christentums zu überwinden was in der Renaissance zum Beispiel schon mal fast erreicht wurde Beispiel ist Oedipus von Sophocles ganz alte Tragödie der Oedipus der versucht auch immer alles richtig zu machen und kommt in die Stadt und da ist ein despotischer König und dann kämpft er mit dem tötet den verliebt sich in die Königin heiratet die und irgendwann merkt er dass er sich in die eigene Mutter verliebt hat das wusste er zwar gar nicht weil er als Kind ausgesetzt war und dann ist natürlich wieder alles im Chaos so müssen sie sich vorstellen und Nietzsche sagt aber so ist schön zusammengefasst er sticht sich ja dann noch die Augen aus weil es alles eine Vorhersage war dass er das machen wird und er sich eben dagegen wehrt oder beziehungsweise der König verstößt ihn weil es geheißen wird dass sein Sohn einmal ihn umbringen wird und seine Mutter heiraten wird und trotzdem alles geht so in Erfüllung ja hat auch natürlich wahnsinnig spannende Elemente Leben die Griechen haben erkannt wie unser Leben wirklich ist und wir brauchen die Amor Vati die Liebe zum Schicksal und das bedeutet dass wir uns wir kommen aus dem Leiden nie ganz raus aber wir müssen das annehmen diese zwei Prinzipien das ist nochmal so aber schon in der Antike ist jetzt ein großer Fehler gemacht worden mit Euripides auch so ein Dramaturg ist plötzlich das Dionysische einfach weggefallen unterdrückt auch wieder eine total super Überleitung ich nehme mir mal an dass jetzt schon der Verfall des Griechentums kommt der Nihilismus der dort Einzug hält eben mit dem Verdrängen des Dionysischen und dann mit Sokrates mit der Vernunft mit dem Weltfremden mal schauen nicht mehr beachtet worden weil in der klassischen Stabilität da gab es immer so einen Chor den Klagechor die haben immer die Gefühle und das Dionysische dargestellt und was auf der Bühne war war mehr das Apollinische und spätestens unter Euripides wurde der Chor weggelassen das Dionysische hat immer weniger Rolle gespielt der rationale Mensch ist in der Antike immer stärker geworden und mit Platon und seiner Hauptfigur Sokrates ging das nochmal weiter da hieß es auf einmal ja das Dionysische ist schlecht und böse wir müssen uns nach oben orientieren die Idee der Gerechtigkeit des Wahn des Schönen und da wurde plötzlich Menschsein ganz neu definiert Glück sagt der Nietzsche heißt bloß man muss es dem Sokrates nachmachen und gegen die dunklen Begehrungen ein Tageslicht herstellen das Tageslicht der Vernunft jedes Nachgeben an die Instinkte ans Unbewusste führt uns hinab und da sagt der Nietzsche passiert was eine Geist-Körpertrennung ja genau also das hat er natürlich ironisch gemeint ähm dass man wenn man ähm ja dem Sokrates folgt dass das einem Glück machen würde genau diese Geist-Körpertrennung für Nietzsche schon ganz schlimm er ist ein Philosoph des Geistes und die Verächter äh des des Leibes und die Verächter des Leibes die ähm ja quasi in einem ähm die den Körper verachten und nur in geistigen Sphären leben fällt jetzt gerade das Wort nicht ein das ähm dritte Abhandlung der Genealogie der Moral das mhm mhm ideal ähm ich komme später drauf vielleicht erwähnt es auch der Herr Ziegler aber genau wie wichtig der Leib ist eben das Körperliche das Dionysische unsere Lust unsere Sinnlichkeit ist böse das führt hinab der Geist die Vernunft der Verstand das führt uns hoch und äh das war ein ganz eine ganz äh schicksalhaft schlechte Entwicklung weil das formuliert er dann sogar der Moralismus der griechischen Philosophen von Plato ab ist pathologisch und noch sobald vom reinen Geist die Rede ist dauert es auch nicht mehr lang bis von dem Guten und dem Waren die Rede ist auch das Waren orientiert sich am Guten und deshalb nur noch dass das Gute verfolgt wird und als eine immer dagewesene und ewig gültige Moral auftritt genau deswegen dieser Satz der ich leider jetzt auch nicht weiß woher er stand noch kranker und pathologischer wird es dann mit der Entstehung des Christentums genau Christentum dann absoluter Nihilismus also was da noch so in den Anfangszeiten da war und was man irgendwie ja was schon auch zum Niedergang der griechischen Kultur geführt hat zum Niedergang der Tragödie aber das war nicht ganz so schlimm wie das Christentum das dann entstanden ist weil das ist genau dieser Moralismus von Sokrates aber verbunden mit einem ewigen Gott der unumstößlich ist und gegen den man nichts sagen darf und der quasi alles beherrscht und auch noch unsere Kultur heutzutage so stark beeinflusst hat so Schatten geworfen hat dass selbst wo er tot ist noch die Schatten uns weiter damit also beschäftigen das Christentum hat jetzt noch eine viel größere Leibfeindlichkeit ich weiß nicht wer von Ihnen katholisch erzogen wurde wir sind ja in Bayern ich habe noch gelernt in der Pubertät du sollst nicht unkeusch denken ja was natürlich kein Pubertieren ja wirklich leisten kann ja und Nietzsche sagt mit dem Christentum ist es dann ganz fatal geworden weil da also in der Antike da gab es den Weisen und den Toren und der Weise hat die Seele nach oben entwickelt und der Tor ist halt seinen Lüsten gefolgt und so genau was eben nicht heißt dass man nicht anstreben soll weise zu sein und denken soll und strukturiert und klar denken soll nur man soll sich nicht verlieren in solchen geistigen Konstrukten sondern das Denken muss dem Leben zu förderst sein es muss das Leben bejahen es muss ein großes Kunstwerk folgen oder ein großes Werk es muss etwas geschaffen werden dass Denken um das Denkenswillen oder um die Realität zum Guten zu beeinflussen das ist für Nietzsche eben schlecht aber was super ist wenn man nachdenkt um sein eigenes großes Werk zu schaffen sagt der Platon das ist das Dasein einer Ente man isst und scheißet aus und freut sich da dran aber im Christentum ist es schlimmer geworden weil im Christentum gibt es so eine Bipolarität gibt es das Gute und das Böse und da kann man ganz dem Bösen und dem Teufel verfallen ohne sich eben zu Gott entwickeln und der Körper die Leiblichkeit die Versuchung das gehört zum Abkünftigen und jetzt kritisiert er das Christentum aus vier Gründen erstens ich verurteile das Christentum ich ergebe gegen die christliche Kirche die furchtbarste aller Anklagen die je ein Ankläger in den Mund genommen hat genau wenn mich nicht alles täuscht ist es aus dem Antichristen und das natürlich erstens auch wieder ein wunderschöner Übergang also ich finde den Vortrag sehr gelungen bisher schon weil er sich wirklich von einem wichtigen Thema zum nächsten hangelt und es nicht den Anschein macht als ob es irgendwelche Unterbrechungen gäbe sondern es ist sehr schön dynamisch nahezu dionysisch wie er wie er da vom einen ins andere geht rauschhaft das Wort trägt nämlich ich finde auch sehr sympathisch und genau das Zitat aus dem Antichrist jetzt sind wir beim Kampf gegen das Christentum ist natürlich auch ein wesentlicher Teil welches Philosophie ist sie ist sie hat aus jedem Wert einen Unwert aus jeder Wahrheit eine Lüge gemacht damit meint er in seinen Ausführungen führt er auf das ganze Symbol dieser Gott am Kreuz also dieser Jesus das Leidende da ist alles verloren gegangen was eigentlich wichtig ist für uns Menschen nämlich auch der Mut das heldenhafte Kämpfen das Einstehen dieses halt dir auch die Linke hin und so das war ein Irrtum das war ein Irrweg zweitens sagt er das Mitleid ist auch nicht gut was das Christentum genau die Moral deswegen schon mal nicht weil sie wie gesagt mit diesem einzig wahren Gott dann nochmal die Moral auf so einen Scheffel stellt dass es nahezu ja nicht mehr von selber geht obwohl es so ein schwacher Wert ist sondern dass Nietzsche diesen Wert tatsächlich umschubsen muss dass er dann tatsächlich auch verschwindet ja das Mitleid natürlich mag er deshalb auch nicht weil es einerseits auch eine Begründung ist für diese Moral die Schopenhauer dann vor allem benutzt hat und Schopenhauer er sagt Nietzsche schreibt doch mal man wäre ein schlechter Schüler wenn man seinen Lehrer nicht übertrumpfen will nicht wörtlich aber ungefähr und natürlich weil Schopenhauer dann so das Mitleid seine gesamte Ethik darauf begründet will Nietzsche erklärt sich das dann auch extra nochmal zum Feind und spricht sich besonders gegen das Mitleid aus das Mitleid da sozusagen propagiert das Mitleid sagt er ist eine Verschwendung der Gefühle ein der moralischen Gesundheit schädlicher Parasit es kann unmöglich Pflicht sein die Übel in der Welt zu vermehren denn sehr oft sagt er tun wir aus Mitleid zwar Almosen alles mögliche geben und verlängern dadurch das Leid der Leute die sonst vielleicht aufbegehren würden und was tun die Gesellschaft verändern würden nein wir alimentieren alle und dieses Mitleid löst keine Probleme und das Mitleid sagt er kann auch ein Zeichen von Verachtung sein wenn man von jemandem Mitleid kriegt also Mitleid ist für ihn was ganz Schlimmes er sagt oder Verachtung er sagt sogar der Mensch hätte eher noch Lust am Leiden machen und daher entwickelt sich ein Großteil unserer Moral nämlich das Strafen also es ist super interessant die Genealogie der Moral wen das interessiert wo er das schön auseinander nimmt und Stück für Stück aufzeigt dass Mitleid Quatsch ist auch mal die Bettler sollte man abschaffen weil man fühlt sich immer schlecht wenn man an dem Bettler vorbeigeht entweder gibt man ihm was fühlt man sich ganz schlecht oder man gibt ihm nichts fühlt man sich auch schlecht auch eigentlich ein wahrer Satz den aber glaube ich niemand so aussprechen würde ja schön dass das auch mal auf so eine interessante Ebene weil vielleicht denken ja viele so aber man traut sich es nicht auszusprechen und Nietzsche spricht es aus und der Herr Doktor Walter Ziegler wird das schön rüberbringen also ich finde es wirklich toll also Mitleid das war nix für ihn dann die dritte große Kritik am Christentum da sagt er es wird ein ganz neuer Menschenschlag jetzt erzeugt er sagt vielleicht gab es bisher keine gefährlichere Ideologie keinen größeren Unfug in Psychologics als diesen Willen zum Guten man zog den widerlichsten Typus den unfreien Menschen groß den Mucker man lehrte eben nur als Mucker sei man auf dem rechten Weg zur Gottheit sie wissen im Christentum ich denke da spielt er auf die Priester an die er auch nicht besonders leiden kann als die die sich zwar den Willen zur Macht bedienen um über die Schäfchen zu achten aber dabei natürlich nihilistischen und schwachen Werten folgen ja also ich glaube das sind die Mucker die Nietzsche da in diesem Zitat meint das mich jetzt immer noch ein bisschen stört dass ich nicht weiß woher dieses Zitat stammt ob es aus dem Nachlass stammt weil das ist ja auch wichtig oder ob es tatsächlich aus dem Buch stammt und wenn aus welchem Buch weil dann weiß man zu welchem Zeitpunkt Nietzsche das gedacht hat und welche Phase er gerade durchgemacht hat und kann das dann auch noch mal ein bisschen besser einsortieren da ist ja die Demut groß geschrieben und wie gesagt in seinen Büchern hat er das gemacht und das darf man auch übrigens nie vergessen das ist alles kostenloser Content den wir hier konsumieren dürfen ich glaube Herr Walter Ziegler verkauft auch DVDs von diesen Videos die wie ich finde ja schon auch ein gewisses Geld wert sind also wenn man sich dafür interessiert dann hat man früher dafür was gezahlt oder man wurde vom Fernsehen bezahlt ich weiß nicht in welchem Rahmen dieser Vortrag stattgefunden hat aber genau man könnte jetzt natürlich schon recherchieren genau wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt was ich jetzt ja verhindern will könnte man schon recherchieren woher genau diese Zitate stammen und so aber ich denke mal das Video ist auch wenn da steht Nietzsche in 60 Minuten ist es jetzt nicht für Nietzsche Experten gedacht die irgendwie einen neuen Mehrwert daraus ziehen wollen sondern es ist für Einsteiger gedacht die wissen wollen ja was denkt denn dieser große Philosoph von dem ich schon so viel gehört habe oder ich habe noch gar nichts von ihm gehört ich will mir dann mal anschauen was der so zu sagen hat und dafür ist es natürlich absolut super so das muss ich jetzt auch noch mal ganz ganz entschieden euch mitteilen ständig dem Guten verpflichtet und weil das Leben ja eine Prüfung eine Aufgabe ist und er sagt da kommt am Ende oft ein Mokka raus und das gilt nicht nur fürs Christentum also sie wissen egal ob jetzt im Islam da wird ja auch gebetet und der Boden man verneigt sich bis zum Boden oder die Christen die niederknien und er sagt da kommt ein eigenartiger Schlag von Menschen raus genau aber trotzdem den Islam fand er jetzt nicht so ultra schlimm wie das Christentum auch in den indischen Philosophien und zum Beispiel im Buddhismus hat Nietzsche schon auch eine andere Art von Kultur gesehen die nicht ganz so nihilistisch ist wie das Christentum aber das nur am Rande das hält er nicht für gesund und das letzte was er noch kritisiert ist wenn dich dein Auge ärgert so reiße es aus der Christ der jenem Ratschlage folgt und seine Sinnlichkeit ertötet zu haben glaubt sich täuscht sie lebt auf eine unheimliche vampirische Art fort und quält ihn in widerlichen Vermummungen also er sagt es funktioniert auch nicht so einfach dass wir nur Apollinisch leben wir sind eben keine weltfremden Menschen die nur weil sie sich der Askese hingeben das asketische Ideal jetzt weiß ich das Wort wieder genau der Askese hingeben und den Körper schwach machen und nur dem dem Weltfremden den Hinterwelten uns da reinflüchten und nur in denen leben wollen es funktioniert nicht wir sind nun mal sinnliche Menschen und das Dionysische komplett unterdrücken weil und da nimmt er übrigens was vorweg was dann später Sigmund Freud die gesamte Psychologie aber auch speziell die Psychoanalyse grundlegend auch sagt die Wünsche unser Begehren unsere Triebe und auch die großen Lebenswünsche die wir unterdrücken die sind nicht einfach weg sondern die schwelen und die können das stimmt absolut Nietzsche der sich selber auch schon als Psychologen betrachtet hat in einer Zeit wo so die klassische Psychologie wie wir sie heute kennen zumindest nicht gab ich meine auch zu Freud gab es eine andere Art von Psychologie aber ja da hat Nietzsche wirklich war er wegweisend wie in so vielen Bereichen sich gegen uns selbst richten also zahlreiche neurotische Erkrankungen werden darauf zurückgeführt dass Menschen über zu lange Zeit hinweg zu viele ihrer Sehnsicht die Liste Lebenswünsche unterdrücken mussten ja super Punkt also das ist ja auch so ein Ding bei Nietzsche eben dass er sagt wir wollen also wir das was wir denken und so wie wir handeln so das entspringt einer Psychologie einer Stärke oder einer Schwäche und die entspringt wiederum der Physiologie also der körperlichen Verfasstheit der Leib ist wieder das Wichtige und daraus aus einem starken Leib aus einem starken Machtwillen entstehen starke Gedanken das muss jetzt eben sich nicht immer ausdrücken in wer ist der Beste im Prügeln oder so sondern wie ich das vorher schon so ein bisschen gezeigt habe im Schaffen und in den Werten in den Werten in denen man lebt und die man konstruiert und jemand Schwaches der wird natürlich sich schwache Werte zurechtlegen weil der wird sagen ja ich kann mir das Wild nicht selbst jagen also sollte man das Wild mit allen teilen wenn man was jagt was ja auch eine gewisse Berechtigung hat so zu denken also Nietzsche ist jetzt auch nicht jemand der sagen wird du musst komplett jeder muss alleine auf einem Berg leben so das schaffen auch gar nicht alle aber auch da gibt es eben Unterschiede zwischen den Menschen die sind eben alle nicht gleich und die Stärksten die sollten vielleicht schon auf einem Berg leben und sich gewiss werden was sie schaffen wollen und wie sie sich selber überwinden und wie sie neue Werte schaffen können und dafür darf man eben nicht so ein Massenmensch sein der in der Herde lebt aber die Herde gibt es gibt es natürlich trotzdem und es ist auch nicht schlecht dass es die Herde gibt das ist einfach so ja und er sagt das ist eben auch gefährlich an dieser christlichen Ideologie wie er sie nennt insgesamt stört ihn eben auch diese große Leibfeindlichkeit weil wir ja schon wissen seit er 25 ist weiß er jeder Mensch ist auch Dionysiker und deswegen sagt er Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem Leib bin ich damit will er der Leibfeindlichkeit so und jetzt werde ich ein letztes Mal danach suchen ob wir das Zitat finden Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem oh Mann ah okay ohne Schafes jetzt hätte ich denken können also sprach Zarathustra von den Verächtern des Leibes ja habe ich mir schon gedacht ist auch ja naheliegend wenn euch das weiter interessiert liest unbedingt dieses Kapitel es ist sehr spannend der der ganzen Tradition auch der Philosophie die sagen ja auch wir sind primär Vernunftswesen Animal Rationale und der Körper ist der Diener des Geistes der führt nur aus was der Geist entscheidet so ist es nicht Nietzsche spricht auch von der großen Vernunft des Leibes weil sagt er es wäre auch eine völlige Illusion zu glauben auch in diesem Kapitel übrigens also unsere Vernunft uns regiert unser Bewusstsein weil es gibt würden übrigens heutige Wissenschaftler bestätigen seit einer wahnsinnig langen Zeit wissenschaftlich müsste man sagen seit etwa drei Milliarden Jahren gibt es das Leben also drei Milliarden kaum vorstellbar und auch die Hominiden Nietzsche spricht da von den Halbtieren die gibt es auch schon ewig aber die waren in den Wäldern in Horden und die hatten auch noch kein Bewusstsein und erst ganz zum Schluss in der Evolutionsgeschichte ist das Bewusstsein überhaupt auf ich glaube das ist der Essay über Lüge und Wahrheit im außenmoralischen Sinne das fängt an mit und jetzt wird ganz schön geflext mit Wissen und das fängt an mit sorry mit es gab einmal ein Gestirn auf der kluge Tiere das ja den Geist erfanden oder irgendwas so in die Richtung das Bewusstsein erfanden ja das war eine eine krasse Minute aber es war doch nur eine Minute der ganzen Geschichte und will er eben darauf hinausgehen wie vergänglich und wie lächerlich das eigentlich ist sich darauf was einzubilden also wir sind Tiere die halt irgendwie eine besondere Klugheit entwickelt haben wir sind kluge Tiere aber unsere Wissenschaft trotzdem und unser unser ganze Wesensart sollte natürlich nach mehr streben auch wenn letztendlich nicht mehr dahinter steckt aber wir haben dieses Erbe noch immer in uns und deswegen ist es auch nicht wegzubringen er sagt dann auch einst wart ihr Affen und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe das ist diese diese Tendenz die er da hat wie ist es aber dazu gekommen wenn wir Milliarden jahre nur triebhaft instinkthaft nach Reiz und Reaktion und Lust gelebt haben also inklusive Einzeller und der ganzen Evolution wie ist es denn gekommen dass wir heute überhaupt so was haben wie ein Bewusstsein und noch schlimmer ein schlechtes Gewissen also wieder mal echt eine geile über quasi das nächste Thema einzusteigen das schlechte Gewissen genau und jetzt mal auch bei der Genealogie der Moral eben etwas auch das Bewusstsein alles was sich entwickelt hat was verschiedene Stufen durchgemacht hat bis zum heutigen Stadium wo wir es für selbstverständlich nehmen ja also genauso das schlechte Gewissen etwas das durchs Erinnern können überhaupt erst möglich ist und das Erinnern können das wurde ein Erinnern gemacht durch die Strafe und wen das interessiert ist auch ganz spannend aber ja also alles als ein Prozess und Prozesse widersprechen als Argument schon der Möglichkeit eines metaphysischen immer dagewesenen ja und immer wahren oder immer gut einer Moral insgesamt also die Genealogie der Moral ist schon ein Argument gegen die Allgemeingültigkeit der Moral und jetzt bin ich auch gespannt was Herr Ziegler darüber sagt und da hat er dieses berühmte Kapitel in der Genealogie der Moral geschrieben über die Entstehung des schlechten Gewissens und zwar sagt er das ist in dem Moment entstanden der ganze Wahnsinn als die Menschen Schuld schlechtes Gewissen und anderes heißt das Kapitel aus den Wäldern rausgegangen sind und erste Gemeinden Dörfer Krale gegründet haben und dann auch Staaten gegründet haben innerhalb dieser Gemeinschaften und Staaten ist nämlich was Schlimmes passiert da gab es Gesetze und Regeln und jetzt dürfte keiner mehr keinem irgendwas tun sondern man musste die ganzen bisherigen Instinkte die man hatte die Wut die Aufmerksamkeit die Aggression das Weglaufen wissen Sie im Wald da hat man jedes Knacken noch gehört da hat man gerochen da wusste man jetzt muss ich laufen wenn man bedroht war oder man hat angegriffen bei der Jagd da waren wir instinktsicher und er sagt wir haben alle Instinkte verloren früher hat uns die ganze Entwicklung die Evolution ist negativ früher hat uns das Wasser getragen ja negativ würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen denn diese Verfeinerung des Menschen im Geistlichen die ja ja erst zwar schon als etwas Schlechtes darstellt aber die hat dazu geführt dass wir heute ganz neue Dinge denken können und noch viel künstlerischer und feiner sein können also stimmt zwar dass früher zum Beispiel dass die starken die mächtigen Menschen eine ganz andere Freiheit hatte aber er sagt das Christentum ist so allgemein gültig geworden dass es die Möglichkeiten für starke Menschen schon sehr ausgeräumt hat aber wenn es wieder starke Menschen gibt dann sollen die sich natürlich auch dieser Verfeinerung des Geistes bedienen und deswegen ja weil Kulturphasen folgen aufeinander und jetzt sind wir gerade in einem sehr nihilistischen Zeitalter aber auch das können wir wieder überwinden aber nicht mit etwas was schon vor langer Zeit irgendwie war sondern wieder mit etwas Neuem und mit den Möglichkeiten die wir aus dem Alten geschöpft haben und deswegen ja ist die ist das alles natürlich keine positive Entwicklung also ich würde nicht sagen dass das eine jetzt dann grundlegend besser ist als das andere aber deswegen sagt Nijai müssen wir den ganzen Prozess bejahen das ist das was dahinter steckt wir müssen sowohl die Aufs als auch die Niedergänge ja bejahen und gut finden Amor Vati die Liebe zum Schicksal zum Auf und Nieder und das ist die größte Lebensbejahung und nicht eben den einzelnen Nihilismus jetzt zu überwinden oder den einzelnen Nihilismus herbeizuführen damit der wieder überwunden werden kann sondern der ganze Prozess deswegen ja würde ich nicht sagen dass eine Entwicklung jetzt Nietzsche als negativ bezeichnet hätte Neuem Wasser waren jetzt müssen uns die Füße tragen und auch das war ein ganz negativer Schritt als dann plötzlich das Bewusstsein aufkam durch die Staatengründung und durch die Staatengründung weil sagt er mit einem Male waren alle ihre Instinkte entwertet und ausgehängt ich glaube dass niemals auf Erden ein solches Elendsgefühl da gewesen ist als plötzlich die Instinkte entwertet wurden und sie wissen es ist tatsächlich so die Instinkte sind entwertet und nicht nur entwertet sie sind tabuisiert man muss sich da glaube ich auch immer wieder vorstellen diesen asketischen Priester der nur so viel Brot isst wie nötig und seinen Körper schwach hält sich am besten noch selber geißelt also selber irgendwie verletzt um seinen Körper möglichst schwach zu machen und nur in dieser geistigen Welt zu leben und das so als krasses Gegenbeispiel zu diesen dionysischen Frauen aus dem Theaterstück das ich euch gesagt habe ich habe noch gar nicht fertig geführt worauf ich hinaus wollte ich war ja bei diesem Theaterstück in Wien und ich muss sagen ich bin nach der Hälfte gegangen die Hälfte war nach drei Stunden und das waren irgendwie 50 Menschen die auf einem riesigen Laufband oder auf in Gleichtakt die ganze Zeit vor sich hin gesprochen haben was eine Weile lang episch war aber nach drei Stunden hat es mir auch ehrlich gesagt gereicht aber ja nochmal dieser aschetische Priester eben als Gegensatz zu diesen rauschhaften und sich versammelnden und singenden und sinnlichen und tanzenden Menschen diesen Gegensatz wenn man den vor Augen hat kann man glaube ich auch viel verstehen was Siedler hier ausführt und was Nietzsches Philosophie beinhaltet also wenn wir in Arbeit einen cholerischen Handfall kriegen und mal würdend sind dann würden alle sagen sie sind aber aggressiv klar weil das schon auch da ist aber es darf nicht mehr geliebt werden diese Instinkte sind ausgehängt und entwertet und sagt auch der dionysische Mensch der quasi mehr in seinem Leben drin ist und nicht in irgendwelchen jenseitigen Welten der leidet auch mehr aber der lacht auch mehr er tanzt im Endeffekt trotzdem und kann eben Dinge überwinden er hat auch die Kraft zum Vergessen denn er lebt wie gesagt auch in der sinnlichen Welt und genau seine Instinkte sind noch nicht so völlig entwertet wie es bei diesen geistigen Menschen der Fall ist und jetzt im Staat als wir in so Großgruppen zusammen gelebt haben da ging es dann um was anderes diese Menschen also sie waren jetzt auf denken schließen berechnen kombinieren von Ursachen und Wirkungen reduziert diese unglücklichen auf ihr Bewusstsein auf ihr ärmlichstes und fehlgeleitet Test Organ Fehlgreifend das steht was jetzt keine Kritik sein soll das passiert und bedeutet das gleiche aber ja aus der Genealogie der Moral auch wahrscheinlich ziemlich sicher sogar und ja zeigt auch schon dass das für Nietzsche zwar schon etwas negatives ist also unglücklichen ernstliches und fehlgreifendes Organ aber das ist eben bei Nietzsche der Fall man muss das im großen ganzen verstehen dass da schon natürlich was Gutes raus entstehen kann also ganz oft gerade in der Genealogie der Morales ist der Fall man weiß nie so wirklich wann Nietzsche was wirklich scheiße findet und wann er was auch ganz gut findet weil er ewig darüber lästert und dann sagt er ja aber ist ganz cool weil daraus ist das und das entstanden und daraus ist wieder was möglich oder wenn er insgesamt von Prozessen schreibt und er stellt es komplett negativ dar aber er will ja eigentlich nur so halbwegs wissenschaftlich er schreibt mehr aphoristisch und literarisch philosophisch aber trotzdem hat er natürlich den Anspruch einen Teil der Wahrheit zu machen er sagt er in Ecke Roma auch es kühle wissenschaftlichkeit als Stilmittel fast schon die er in der Genealogie der Moral benutzt um gegen so eine allgemeingültige Wahrheit und Wissenschaft eigentlich anzukämpfen auch ganz spannend und genau deswegen jetzt als wenn er den Leib so bevorzugt und das Bewusstsein hier so schlecht redet ja aber auch ein bisschen nein also auf einmal waren wir auf unser ärmlichstes Organ angewiesen auf unser Bewusstsein und haben nachgedacht haben kalkuliert haben gerechnet haben gemacht während wir früher lange Jahre die ganze Evolution durch völlig instinktsicher waren und jetzt haben wir diesen Instinktverlust was ist da passiert da sagt er alle Instinkte die sich nicht nach außen entladen wenden sich nach innen jetzt wird spannend jetzt sagt er weil wir nicht mehr aggressiv sein dürfen wir dürfen nicht mal mehr wenn wir Hunger haben uns irgendwo ein Essen nehmen kleine Kinder machen es oft noch im Laden wenn man den Einkaufswagen nicht bewacht dann greifen die rüber holen sie die Schokolade machen auf und essen klar weil sie instinktsicher sind das ist auch ganz spannend Kinder die eigentlich noch viel mehr bei denen linkmäßig nach irgendwas greifen sondern dass sie auch den eigenen Willen der ungefiltert einfach einem entgegen gehalten wird später müssen sie natürlich lernen dass das alles nicht geht und wir wissen es wir tun unsere ganzen instinkte nach innen und eben diese ganzen auch gerade die Aggression über jahrtausende hat uns die Aggression gerettet weil wir Reviere verteidigt haben neue Dinge erobert haben weil wir in der Horde rumgezogen sind und jetzt richtet sich das gegen uns selbst weil wir sie unterdrücken müssen und diese Energie die nach innen jetzt gerichtet wird führt zu selbst strafungs impuls und das ist der ursprung des schlechten gewissens also er sagt hier die feindschaft die grausamkeit die lust an der verfolgung am überfall am wechsel an der zerstörung alles das gegen die inhaber solcher instinkte sich wendend das ist der ursprung die schlechten gewissen genau und hier sieht man vielleicht auch noch mal ganz gut die lust an der verfolgung am überfall die lust am leiden machen auch eine gewisse rolle spielt und das schlechte gewissen das wird dem menschen eingeprügelt so am anfang der hätte das nicht wenn es sich nicht über lange kulturelle zeit hinweg entwickelt hätte also wahrscheinlich müssten wir zum kind gar nicht sagen hey hab schlechtes gewissen wenn du lügst das hätte es oder ja vielleicht sagen wir es auch aus unserer kulturellen konstitution heraus aber ja so hat sich das laut nietzsche entwickelt und da ist auch wieder schwierig weil Nietzsche viel eben in eigentlich in der genealogie der moral auch nur über die abendländische kultur schreibt aber dann wieder auch anthropologische Dinge festmacht oder darüber philosophiert ist manchmal die Frage ist es jetzt ich bin eigentlich ganz klar der überzeugung dass Nietzsche da immer so auch in kulturen denkt und wie gesagt bei unserem abendländischen kultur weise das schlechte gewissen sich in der form ausgeprägt hat wie wir es heute kennen in anderen kulturen ist es vielleicht auf andere weise der fall da hat man schlechtes gewissen vielleicht zwar auch aber über andere Dinge wegen anderen Taten die Strafen sagt er tun übriges dazu dass wir natürlich wissen wenn wir uns nicht an die regeln des Staates halten wir bestraft aber letztlich wird das schlechte gewissen auch durch unsere eigene energie gespeist dass wir wissen das dürfen wir jetzt nicht und uns da selbst im Zaum halten durch eigene energie und die quintessenz jetzt sowohl das bewusstsein als auch das gewissen sind ganz späte Erscheinungen in der Evolution die es dürfen sondern das entscheidende ist dass wir immer noch und das spüren wir in uns einen enormen Willen haben wir haben Wünsche wir haben Sehnsüchte wir haben Bedürfnisse und da meint er nicht nur Essen und Trinken er sagt die ganzen Bedürfnisse Sehnsüchte Wünsche die wir uns haben das ergibt unser Wollen jeder Mensch hat so ein Wollen und jetzt sind wir beim Kernkapitel schon der Wille zur Macht da sagt er auch wieder super Überleitung jetzt der Wille zur Macht und das ist eben auch ganz spannend was der Herr Zitter dazu sagen wird denn wurde er auch schon sehr viel missinterpretiert es geht eben nicht um dieses reine ja Machtdenken sondern es ist schöpferisches Denken vor allem auch es ist das Denken des Übermenschen der quasi seinen Willen als Willen zur Macht akzeptiert und auslebt aber ich sehe schon ein Zitat schauen wir uns gleich mal an würde ich sagen diese Welt ein Ungeheuer ohne Anfang ohne Ende ist der Wille zur Macht und nichts außer okay da kann ich gleich schon mal sagen das ist eine der Deutungen die man auch vertreten kann dass der Wille zur Macht eben als metaphysischer Wille gedacht ist dass eben die ganze Welt ein Ungeheuer von Kraft ist dass es um diese Kraft geht ohne Anfang ohne Ende genau dass es nicht nur ein einzelner Wille ist oder viele Willen die sich irgendwie zusammentun sondern dass alles ein Macht Wille ist dem natürlich viele kleinere Willen ähnlich wie bei Schopenhauer dass der Fall herausgelöst sind und sich als individuell betrachten auch das ist bei Nitschen Thema Individuisierung also wie kommt man überhaupt erst drauf dass man ein Individuum ist nicht so wie das vielleicht auch bei Tieren ist die schwärmen zum Beispiel die Vögel fliegen und sich als Teil eines Großen begreifen sondern wie kommt man darauf genau und bedient sich jetzt diesem Narrativ vom Zitat von Nietzsche also das kann man wie gesagt durchaus so von diesem Zitat ableiten dass das ein metaphysischer Wille ist also ein Wille der jetzt nicht nur rein biologisch bedingt ist sondern auch jenseits der Biologie sich formt es gibt auch andere die sagen er wäre nur biologisch und es gibt wieder andere die ihn auch noch ein bisschen anders interpretieren nämlich als weder als metaphysische Konstrukt der ganzen Welt auch nur als rein biologisch sondern als etwas dem Lebendigen eben innewohnt und das sich in irgendeiner Form äußern will oder wiederum dann als eine Art von Lebensphilosophie das betrachten ja wenn man die richtigen Zitate hat und man gut dafür argumentiert dann kann man mit dem allen mitgehen und ich glaube das ist eine relativ verbreitete Meinung auch dieses metaphysische deswegen kann man das auf jeden Fall machen und auch ihr selber seid dieser Wille zur Macht und nichts außerdem wie kann er behaupten diese Welt ein Ungeheuer von Kraft ist der Wille zur Macht ist die Welt wirklich der Wille zur Macht dann sagt er ja die ganze Welt ist der Wille zur Macht und zwar deshalb weil jede Pflanze die wächst nach der Sonne die streckt sich verschattet zum Teil andere Pflanzen die dann auch wieder sich strecken und machen aber wenn klein genau jetzt sagt er doch nur das Lebendige davor hat er gesagt oder hat er Nietzsche zitiert die gesamte Welt so ähnlich wie Schopenhau das sieht wir sind alle nur Willen und wir stellen uns dann die Welt den Rest vor und ich dachte darauf bläht sich das auch aus aber jetzt meint er eben das wäre nur das alles Lebendige hat diesen Willen und ist ansonsten in einer materiellen Welt auch diese Meinung kann man nämlich vertreten das Bäumchen da ist ein großes geht meistens das kleine ein oder das was schneller wächst also auch da ist ein unbedingter Wille zum Leben zum Überleben und zur Selbststeigerung da auch bei den Pflanzen und sogar in der Chemie er sagt wenn sie Stoffe mischen wissen sie ja noch aus dem Chemieunterricht dann verfärbt sich das die reagieren miteinander entweder vermischen sie sich oder sie stoßen sich ab aber in jedem Fall sagt Nietzsche wirken Kräfte also in der ganzen Natur wirken Kräfte darum sagt er ein Ungeheuer von Kraft ist die ganze Natur auch die Planeten da gibt es übrigens auch ein super Video das ich euch auch schon mal empfohlen habe also den Denker Jochen Kirchhoff der auch mal über Nietzsches Metaphysik geredet hat und ich finde der hat immer total super Ausführungen der also sagt das auch genial alles was er dort sagt mit sehr viel Inhalt verbunden wenn euch das weiter interessiert dann könnt ihr mal auf den Kanal schauen schöne Grüße sagen wäre natürlich Premium gibt es auch einen schönen Satz die 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 vermeintlichen Naturgesetze sind nichts anderes als Kräfteverhältnisse also dass die Planeten sich anziehen und diese Umlaufbahnen haben das ist genau ausgezirkelt wie viel Anziehungskraft der eine auf den anderen hat und so pendelt sich das aus da geht es auch um Kräfte und bei Menschen sowieso er hat übrigens auch ein interessantes Beispiel für die ersten Lebewesen ist in der damaligen Zeit gab es ja auch dann die Mikroskope und so Geschichten haben sie vergrößern können optisch und dann sagt er die Amöbe das kleinste Tierchen hat ja auch so kleine Härchen und das wabert so rum sobald die Amöbe auf was Organisches trifft umschließt sie das und wenn sie es für gut befindet dann wird es in die Amöbe integriert also die isst auf sozusagen und diese Aneignung haben wir seit Anfang an in der Natur also der Wille zur Macht und auch wir selber als Menschen das ist eine biologische Aneignung das geht überhaupt nicht kann ich nicht befürworten wir sind nichts anderes als dieser Wille zur Macht und deswegen sagt er auch alles geschehen ist reduzierbar auf die Absicht der Mehrung von Macht aber das läuft jetzt aber so ab sagt er dass wir immer auch andere tangieren die Steigerung unserer Macht kann auch bedeuten dass wir andere bei ihrer eigenen Selbststeigerung behindern ja zum Beispiel die Machtsteigerung dann der Sklaven der Sklavenmoral also die Sklavenmoral die dann auch natürlich Macht für sich beansprucht aber schwache Werte vermittelt also starke und schwache Werte muss man da vielleicht noch mit reinbringen ansonsten ist das wieder auch ein sehr wichtiges Thema bei Nietzsche wir sind jetzt schon bei der Hälfte ja immerhin dann ja kann man jetzt auch vielleicht auf diese etwas nerdigeren Themen eingehen aber wie ich finde bisher wirklich schon auch super viel abgedeckt und das in einer sehr unterhaltsamen Weise also ich habe mich nicht gelangweilt ich hoffe euch geht es natürlich genauso ja und da kommt man aber nicht drum rum deswegen sagt er Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens wer das nicht begreift hat bei sich noch sondern das wäre jetzt auch natürlich besonders spannend zu wissen wo er das schreibt denn es ist ein Zitat Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens ja das würde mich jetzt wundern wo er das geschrieben hat wir schauen mal nach ersten oder Schritt zur Redlichkeit suchen wir mal schauen ob wir da was finden jetzt hoffe ich dass ich wieder alles richtig geschrieben habe ja wahrscheinlich also man seht hier schon wo er das vielleicht geschrieben haben könnte so nachgelassene Fragmente 1885 ok genau hier schreibt es es gibt gar keinen Egoismus der bei sich stehen bliebe und nicht Übergriffe es gibt folglich den erlaubten moralisch indifferenten Egoismus gar nicht von dem ihr redet ok das bedeutet quasi das Zitat vielleicht im Kontext davon betrachten und das sind die nachgelassenen Fragmente das heißt es hat uns kein Buch geschafft ja muss jetzt jeder für sich selber denken was er davon hält aber das war auf jeden Fall mal ein Gedanke den Nietzsche hatte und den er auch aufgeschrieben hat ja wie wichtig der ihm war ist eben jetzt wieder so eine andere Frage aber das bedeutet eben wenn ich hier dann nochmal schreibt man fördert sein ich stehe es auf Kosten des Anderen dann eben ja es gibt keinen Egoismus der bei sich stehen bliebe und nicht Übergriffe ja und redlich wäre es eben zu betrachten dass wenn ich irgendwie wachsen will dass ich vielleicht keine Rücksicht nehmen soll ja ich lasse das jetzt mal dahingestellt nicht den ersten Schritt zur Redlichkeit gemacht er sagt wir können gar nicht anders also wenn sie sich beispielsweise bewerben auf irgendeinen Abteilungsleiterjob und kriegen den da haben x Kollegen sich beworben die kriegen ihn eben nicht und sind dann traurig also jeder Erfolg geht offen ja ich weiß nicht ob das so gut passt dieser Vergleich denn es können ja schon mehrere Übermenschen existieren aber natürlich wenn jetzt beide vielleicht das gleiche wollen nämlich sie wollen beide was weiß ich Herrscher eines Volks werden oder so dann natürlich ja ist es wieder antagonistisch und dann müssen sie erst rausfinden wer der mächtigere ist dass es soweit ist aber ja man darf ja nicht vergessen das ist immer meckern auf Risikogniveau denn es ist super flüssig und gut gerade vorgetragen was Nietzsche so insgesamt seine ganze Philosophie so ja was er getätigt hat und das sind 60 Minuten da darf man wirklich nicht viel mehr kann auf Kosten des Misserfolgs von anderen oder der Olympiasieger der dann auf dem Protest oben steht mit dem Siegerkranz golden strahlend im Siegerglanz der steht da oben weil er gleichzeitig andere verdunkelt weil der im Siegerglanz ja wenn man den Song kennt die Nationalhymne quasi bevor sie bevor sie cool war ich weiß auch nicht aber ihr kennt den Song vielleicht und abschattet natürlich nicht im Siegerglanz sondern im Siegerkranz das war ein Joke nicht da oben sind er sagt wir können gar nicht leben ohne andere zu tangieren das geht nicht er sagt und dann er hat auch subtilere Beispiele die ich ganz spannend finde also er hat Beispiele was weiß ich wenn zwei dieselbe bezaubernde Frau lieben und sich in die verlieben oder sogar drei und einer kriegt sie da bleiben zwei andere zurück das ist jetzt auch wieder ein sehr lustiges Beispiel denn Nietzsche hat ja mit seinem Freund Peter Gast die Luzalome geliebt und Nietzsche war da auf jeden Fall unerfolgreich obwohl er auch alles gegeben hat und da blieb er letztendlich zurück aber das ist eben auch nochmal so ein Ding was mit dem Willen zur Macht zusammenhängt ja Nietzsche war Zeit seines Lebens sehr krank und er war sehr einsam aber er hat das alles genutzt und für sich als etwas also er hat sich deswegen nicht als schwachen Menschen gesehen oder als armen oder so auch wenn er Zeit seines Lebens auch arm war eine ganze Zeit lang also sehr lange denn er hat das alles gesehen dass es so sein muss dass er sein philosophisches Werk vollbringen kann und hat sich so als einen sehr mächtigen Menschen der auch sich dem Wille zur Macht bedient weil er was ihn dazu bringt sein eigenes Wert zu schaffen und man muss nicht von allen geliebt werden deswegen oder super angesehen werden Goethe war so ein Übermensch für Nietzsche und Goethe war zwar von allen angesehen so aber das muss nicht der Fall sein es gibt ja auch ganz viele andere Denker die erst nach ihrem Tod berühmt geworden sind und bei Nietzsche natürlich auch ganz krass der Fall der aber schon am Ende seines Lebens irgendwie für sich schon gewusst hat er wird noch ganz groß rauskommen und da auch sehr optimistisch gestimmt war ganz im Sinne seiner Lehren auch übrigens also ja man darf das nicht so betrachten als dass man ihn da irgendwie als armen mitleidigen Typen hinstellt wie das vielleicht bei meiner zweiten Reaktion der Fall war hier von Harald Lesch und dem Herrn Forstenkuhl nee das war er nicht sondern er war in seinem Denken einer dieser geistigen Aristokraten könnte man fast schon sagen ja deswegen lasst euch falls ihr mal so in einer Diskussion seid mit dir da damit nicht schlecht machen oder auch eines der von ihm subtilsten Beispiele er war ja auch ein großer Psychologe er sagt Mütter also frühkindliche Phase ist für ihn eh was interessantes und er sagt Mütter die sagen wir mal ein Kind mehr lieben als das andere oder die anderen damals hatten ja alle fünf, sechs die machen das bewusst nicht die sind gerecht die geben denen allen gleich viel aber sie können nicht anders das eine ist ihnen irgendwie näher und das Schlimme ist sagt er die Kinder spüren es die spüren das und das wehen und die Mutter das ist keine Schuld er sagt man muss da mal endlich jenseits von Gut und Böse denken so heißt übrigens auch ein Buchtitel von ihm ja hätte ich jetzt auch ganz gerne Belege für muss ich sagen aber da muss man auch nochmal fair sein weder also das ist jetzt das dritte Video auf das ich reagiere und in den anderen zwei Videos einmal das Gespräch von Platon und Nietzsche gab es natürlich auch keine Quellen gut das war auch ein fiktives Gespräch ein sehr sehr gutes wenn ich nochmal betonen will aber das zweite Gespräch zwischen dem Herrn Lesch wie gesagt mit dem Herrn Vossenkuhl das war sehr sehr schwierig ich hatte ihm auch eins von zehn Punkte also ich fand es im Nachhinein noch schlechter als damals wie es angeschaut habt da war ich sogar noch ziemlich fair damit finde ich aber ja es war wirklich nicht gut sie haben ihn als Pessimisten dargestellt als ganz komischen Typ der nur deshalb interessant wäre weil ihn heutzutage halt tausende Leute lesen und nur das würde ihn irgendwie ja nur deswegen wäre er irgendwie lesenswert und auch ansonsten einfach viel Quatsch gelabert und sich offensichtlich nicht gut mit ihm ausgekannt und natürlich haben die auch keine Quellen verwendet die haben ein populärwissenschaftliches Gespräch geführt und noch Quatsch erzählt und keine Quellen verwendet und so viel kann ich jetzt ja schon mal sagen dass der Herr Ziegler hier keinen Quatsch erzählt sondern ja wirklich interessante Sachen aber halt das mit den Zitaten das ärgert mich jetzt ein bisschen weil es halt weiter so detailreich auf manche Dinge eingeht und dann auch immer wieder Zitate verwendet deshalb wäre es natürlich ganz schön gewesen zu wissen wovon er da redet aber wie gesagt auch wieder in den Büchern habt ihr das Buchtitel von ihm Jenseits von Gut und Böse die Mutter die das eine Kind halt ein bisschen mehr unbewusst liebt die kann da nichts dafür nicht wirklich wenn sie sich Mühe gibt immer fair und gerechter sein aber das weniger geliebte Kind kann sein fühlt sich zurückgesetzt und hat damit ganz schön zu tun und deswegen wir kommen nicht umhin Leben lebt immer auf Unkosten anderen Lebens das ist in der Natur so das ist bei uns so auch ein schöner Satz die Insekten stechen nicht aus Bosheit sondern weil sie auch leben wollen also die Moskitos weiter damit und das ist schon richtig man hört ja immer so und denkt sehr schön vorgetragen das macht es glaube ich auch so spannend oder deswegen kann man ihm so gut zuhören weil er da jetzt nicht in abstrakten Welten irgendwie die ganze Zeit bleibt sondern immer mit einem Bezug zur Realität herstellt und das ist ja auch genau das was Nietzsche glaube ich auch ganz gut gefunden hätte also ich glaube der wäre sehr zufrieden gewesen auch bisher ein sehr fairer Umgang mit seinem Denken bis auch ein paar ganz kleine Kleinigkeiten die man aber wirklich vernachlässigen kann also es ist jetzt für mich auch an der Zeit hier den Daumen nach oben zu geben weil ich das auch noch nicht gemacht habe aber ja bestimmt früher schon mal mit einem anderen Account aber in Wirklichkeit was soll die machen auch wenn es für uns Terror ist der bösartig ist aber die kann nicht anders und so können genau auch das natürlich andere Tiere oder andere Lebewesen so die die Welt aus ihren Augen völlig heraus betrachten es gibt da nichts Objektives und das ist auch eine ja dass der Mensch sich unglaublich toll fühlt weil er denkt er hat die gesamte Wahrheit für sich betrachtet so aber er kann eben auch nicht aus seinem Denken rausmeißen wie das Leben für andere Lebewesen zum Beispiel ist also es ist ein Hochmut der Menschen und genauso ist es mit dem Gut und Böse dass der Mensch Gut und Böse definiert und dann irgendwie denkt boah diese Stechmücke wenn ihm jetzt hier die ganze Zeit auf den Sack geht so die die ist böse oder die darf ich jetzt kaputt hauen oder beziehungsweise darf ich nicht kaputt hauen weil es ein Debewesen ist oder wie auch immer das ist natürlich auch abstrus für Nietzsche dass der Mensch sich das anmaßt zu bestimmen was jetzt die Wahrheit und was Gut und Böse ist auch wir oft nicht anders und keiner geht durchs Leben ohne dass er irgendwann auch mal anderen zu schaffen macht und weil das so ist sagt er weil wir da nicht aus können sagt er ich schätze die Macht eines Willens danach wie viel von Widerstand Schmerz Tortur er aushält und sich zum Vorteil umzuwandeln weiß er sagt wir alle haben Widerstände im Leben aber wir können den Widerstand zum Anlass nehmen genau ist jetzt auch ein super Beispiel dass diese Macht des Willens jetzt auch nicht nur unbedingt positiv ist sondern auch mit Rückschlägen mit Niederlagen umgehen kann und sie vielleicht sogar zu seinem Vorteil umzuwandeln weiß also auch ein spannendes Zitat das ist man natürlich auch wieder wissen zum letzten Mal sage ich das jetzt ob es von Nietzsche aus dem Nachlass ist oder ob es aus einem Buch ist in welchem Zusammenhang das ist aber so wie es jetzt dasteht und das ist bei Aphorismen von Nietzsche öfters der Fall dass man sie auch für sich stehen lassen kann und dass sie dann so tatsächlich zwar als Kalenderspruch aber als sehr interessanter und tiefgründiger Kalenderspruch sogar Sinn geben also das das wäre ein Kalender den ich mir vielleicht auch kaufen würde so und das mag jetzt sein dass das auch so ein Spruch ist hoffe ich weil ich finde es ein sehr schöner Satz und das demonstriert ganz gut was ich gerade eben gesagt habe daran zu wachsen und uns den zum Vorteil umzuwandeln also unsere Selbstentfaltung unser Wille zur Macht der geht gegen Widerstände immer im Leben aber er schätzt eben ein Individuum danach ob das Individuum es schafft sich die Dinge die gegen es sind auch zu überwinden und zu Willen zu machen jetzt kann man natürlich sagen und dafür wurde Nietzsche auch sehr kritisiert dass das grenzenlos ist dass er sagt klar aber wenn dann jeder sein Willen zur Macht lebt ja da kommt irgendwann ein riesiger Egoismus raus jeder entwickelt seinen Willen zur Macht und welche Grenzen soll das haben wenn nicht mal das Mitleid eine Grenze ist wenn nicht mal das Mitleid unseren Egoismus begrenzt wo ist die Grenze des Willens zur Macht Ja also der Willen zur Macht ist natürlich nicht nur was so komplett individuell verstanden das ist natürlich auch eine wichtige Rolle aber auch das Menschen also auch der Mensch der in einer Gemeinschaft lebt hat einen Willen zur Macht und natürlich können die auch zusammen etwas anstreben ein ganzes Volk kann ja auch einen sich einem Willen zur Macht bedienen und so Narrative entstehen lassen die für das Individuum gar nicht möglich wären deshalb ja es ist schon eine gewisse ich möchte nicht sagen Anleitung aber es rechtfertigt den Egoismus schon in gewisserlei Hinsicht aber muss es nicht unbedingt darf man andere überwältigen darf man andere vielleicht sogar aufgrund der Entfaltung und eines eigenen höheren Ziels töten und da sagt er dass ihr es kann tatsächlich sein jetzt kommt es das ist ziemlich radikal das ist ein radikaler Gedanke von Nietzsche er sagt dass irgendetwas hundertmal es kann sein es kann sein es ist für jeden von uns möglich dass irgendetwas hundertmal wichtiger ist als die Frage ob wir uns wohl oder schlecht befinden und folglich auch ob die anderen gut oder schlecht befinden kurz dass wir ein Ziel haben um dessen Willen man nicht zögert Menschenopft ja also Nietzsche denkt eben nicht in jetzt gut und böse oder kurzfristig wird mir das gefallen oder ich will jetzt das haben was dem anderen da gehört also kloppe ich den kurzen wieder und hole mir das sondern ein wahrlich großes Ziel so ich möchte keine Ahnung jetzt als Übermensch ein riesengroßes Werk schaffen und der andere der hindert mich daran weil sein Wille ein ähnlich großes Werk schaffen oder was auch immer vielleicht ein schlechtes Beispiel aber aber ihr wisst vielleicht worauf ich hinaus will dass schlussendlich man sich nicht von gut und böse aufhalten lassen soll weil der Übermensch jenseits davon ist also wenn hier gut und böse ist dann ist der Übermensch da irgendwo oder unten oder wo auch immer sondern weil jenseits dieser Kategorisierung und deshalb ja schlussendlich wird er sich auch davon nicht aufhalten lassen aber da wird oft gefragt so ja wenn man Nietzscheanisch lebt dann kann man ja so völlig seinen Machtwillen durchsetzen darum geht es in gewisser Weise aber nicht wirklich denn es ist jenseits von gut und böse es ist eine Philosophie des daraus Machens und das daraus machen das nimmt wenig Rücksicht auf anderes aber das heißt nicht dass es keine Rücksicht nehmen muss es kann sehr wohl trotzdem auch in der Verbindung zu anderen Dingen stehen also wie ihr seht es ist ein sehr komplexes Thema das man aber jetzt so schon auch mal zusammenfassen darf kurz natürlich wenn man dann in den genauen Diskurs gehen würde dann könnte man da noch ewig drüber reden aber das ist ja auch hier gar nicht der Anspruch deswegen liked ruhig auch gern mal das Video von Herrn Walter Ziegler wenn ihr hier schon hier dieses Video guckt denn ich habe auch den Herrn Ziegler gefragt ob ich das Video ob ich darauf reagieren darf und er hat mir sehr nett geantwortet dass ich es darf und hat auch gesagt ich darf auch so viel kritisieren wie ich will was ich ja auch schon ein bisschen gemacht habe aber allein dass er das zulässt ist ja schon mal wirklich furchtbar nett deswegen fände ich es auch nett wenn wir zusammen als Community als Gemeinschaft ihm da ein bisschen Dankbarkeit zurückgeben würden also es kann tatsächlich sein dass wir die Entfaltung unseres höchsten Ziels und unseres Willens zur Macht wir weder auf uns selbst noch auf andere Rücksicht nehmen dürfen und höchste Opfer bringen müssen auch Menschenopfer solche Zitate haben Nietzsche natürlich dann in die Nähe des Faschismus auch gebracht und Sie wissen auch Mussolini der hat Nietzsche wirklich gelesen und riesige Denkmäler für Nietzsche überall aufstellen lassen und weil er natürlich da keine Grenze kennt erst mal aber meine Damen und Herren wir versuchen das jetzt auch mal unideologisch zu sehen ohne ihn gleich in irgendeine Richtung ja finde ich gut dass er es gleich unideologisch betrachten will aber das habe ich ja vorher auch schon gewähnt erwähnt dass da natürlich auch zum Beispiel Ernst Jünger der Nietzsche zwar nur so ein bisschen gelesen hat ich glaube nur den Zarathustra aber der trotzdem ein sehr nietzscheanisches Leben geführt hat ein vielleicht auch sogar von Zarathustra so gewolltes Leben oder beeinflusstes Leben das wieder diese im ersten Weltkrieg war das ja da hat Nietzsche dann so seinen Höhepunkt der Einflussnahme gehabt und da haben ja auch einen Haufen Soldaten den Zarathustra im Gepäck gehabt und ja deswegen wie gesagt so diesen Kampf und weil er das alles bevorzugt so schon Ideen gehabt die später dann halt vom Faschismus politisch umgesetzt worden sind und was aber was aber da auch eben wieder die Sache ist Nietzsche war ja kein politischer Mensch sondern einer der in Kulturen gedacht hat ein Philosoph und ja auch das Verhältnis können wir jetzt lang und breit eingehen aber er hat es auf jeden Fall erwähnt der Erzähler und sagt jetzt dass wir da unideologisch rangehen wollen und das finde ich schon mal sehr gut zu drücken und dann kann es tatsächlich sein wenn man ehrlich ist dass man manchmal für ein höheres Ziel sich selbst ob man sich selbst dabei gut oder schlecht fühlt das darf keine Rolle spielen und auch wie sich die anderen fühlen notfalls muss man Menschenopfer bringen denken Sie mal an den früheren Bundeskanzler Altbundeskanzler Helmut Schmidt der kam mal in eine ganz schwierige man kann sagen tragische Situation weil da haben die Bader-Meinhof-Gruppe war inhaftiert teilweise mehrfach schon wegen Mordes angeklagt dann haben die Terroristen die noch draußen waren eine Lufthansa-Maschine entführt und den Arbeitgeberpräsidenten Schleyer und haben eben ein Verhandlungsangebot gemacht dass sie alle freilassen es passiert niemand was aber dafür müssen Ulrike Meinhof Bader und die anderen dieser Gruppe auch freigelassen werden und Helmut Schmidt stand ich bin gespannt worauf er hinaus will ich weiß es gerade nicht so richtig mit seinem Kabinett vor dieser schwierigen Entscheidung und er hat gesagt nein wir lassen nicht frei hat die Lufthansa-Maschine stürmen lassen und Hans-Martin Schleyer wurde deshalb sozusagen hingerichtet getötet von den Terroristen und das Irre ist Schmidt saß dann sogar bei der Beerdigung noch neben dieser Frau Schleyer das war für ihn eine ganz ganz harte Phase er hat aber gesagt er würde dieses Opfer wiederbringen also er hat ja wie man hier sieht für ein höheres Ziel ja ok finde ich jetzt spannend weil so gesehen haben diese Terroristen die RAF-Terroristen ja auch ein höheres Ziel gesehen als der vielleicht der Kommunismus war und haben auch ihr Leben aufs Spiel gesetzt ich weiß nicht ob da dann jemand getötet wurde von denen aber ja wie gesagt das könnte man ja auf ähnliche Sicht betrachten also dass wir ein Ziel haben um dessen Willen man nicht zögert Menschenopfern zu bringen er hatte dieses Ziel sein Ziel war die Staatsräson ja gesagt es geht nicht der Rechtsstaat muss seine Täter verurteilen und vor Gericht stellen wir können nicht wenn Gewalt von außen kommt unser Rechtssystem wegschmeißen und sagen gut die lassen wir frei sowieso wenn es Mörder sind die dann vielleicht sogar wieder töten ja das ist natürlich jetzt schon wieder auf einer moralischen und auf einer Staatsebene gedacht deswegen weiß ich nicht ob Nietzsche da so ja also ob das Beispiel so gut ist aber ich glaube man weiß worauf er hinaus will dann sagt er nein es geht nicht das höhere Ziel ist in dem Fall der Rechtsstaat und unsere Gerechtigkeit das höhere Ziel könnte auch der Kommunismus sein und im Sinne des Kommunismus darf man auch Menschenopfer bringen also ja ich glaube Nietzsche ging es da ein bisschen um was anderes nämlich um was individuelles und nicht so auf staatlicher politischer Ebene über dieser Freilassung stehen und er würde Hans Martin Schleyer im Grunde also was heißt wieder opfern er wollte ihn natürlich nicht opfern aber er hat dieses Leben bewusst riskiert und er hat gesagt er würde es wieder tun und übrigens hat er auch eine Note geschrieben eine schriftliche die er hinterlegt hat dass wenn er selbst entführt wird oder die Loki Schmidt seine Frau dass sie nicht ausgetauscht werden dürfen ja ja Helmut Schmidt einfach guter Mann muss man sagen und vor allem dass er so integer ist dass er so Integrität beweist und sagt ja auch sie selber dürfen nicht hier in irgendeiner Form also anders behandelt werden das ist schon in der Form wieder Nietzscheanisch dass er sagt so für dieses Denken auch gehe ich unter aber natürlich auch von den Terroristen das muss man auch sagen also eine gewisse Art von Fanatismus ist wieder die Frage ob Nietzsche den vielleicht nicht so schlecht fand wenn es nicht um diese schlechten Werte geht aber selbst wenn es um die schlechten Werte geht weil dann gehen sie in diesem Fanatismus unter weil der sich nicht ewig halten kann und dann ist auch wieder gut ja deswegen ist interessant auf jeden Fall dieses Beispiel in Bezug auf Nietzsches Philosophie zu bringen ich glaube man hätte da vielleicht mehr noch von stärkeren und schwächeren Werten reden müssen vielleicht ein individuelles Beispiel also von einer Person jetzt nicht so etwas politisches als Beispiel nehmen können aber wie gesagt nochmal ich weiß nicht ob das gerade auch gefreestylt ist von ihm also ob er da sich das gerade aus den Fingern gesaugt hat das Beispiel dann wäre es wiederum schon sehr gut muss man sagen und es soll ja auch dem Pöbel näher gebracht werden die Philosophie Nietzsche ist mit diesem Video und ich finde auch ein großer Verfechter davon dass man mit interessanten Sachen die die Menschen wirklich jucken so ein bisschen diesen philosophischen Eiffelturm mal verlässt wo man sich irgendwie in super krasse kleine Gedanken rein verirrt das ist ja auch wieder was Nietzsche was furchtbar gehalten hätte sondern es muss dem Leben dienen das ist die spannende das spannende an der Philosophie es muss dem Leben dienen und dafür muss es ja schon auch einen Bezug zum Leben haben und deswegen muss man auch Beispiele bringen die halt die Menschen ansprechen und deswegen auch ist auch eine Intention meines YouTube-Kanals dass ich mit vielleicht doch interessanten Videos meine also ich muss schon sagen sie haben schon auch einen sehr hohen Anspruch was vielleicht auch auch viele Leute abschreckt oder jetzt nicht mehr die wahnsinnigen Klickzahlen einbringt aber ich möchte ja auch so ein bisschen vermitteln ich möchte einerseits natürlich schon auch einen hohen Anspruch haben ist ja auch für alle und keinen und andererseits aber trotzdem den Zugang zu Nietzsche oder zu dieser Art von Philosophie erleichtern und ermöglichen und da macht Herr Walter Ziegler Herr Dr. Walter Ziegler ein total super Job der das ja auch mit anderen Denkern macht zu denen man sich dann auch seine Meinung bilden darf und dann vielleicht kann man auch ja über solche Sachen diskutieren aus welcher philosophischen Sicht man wie reagieren könnte gibt es ja ganz spannende Gedankenbeispiele auch politische wie man auf gewisse Sachen reagiert zum Beispiel wenn ein Flugzeug von Terroristen entführt wird und das in die Allianz Arena reinfliegen soll dann ja dürfte man nach der Kantschen Moral dieses Flugzeug nicht abknallen weil da Unschuldige drin sitzen und Unschuldige darf man nicht im Sinne der Moral also man muss da komplett stringent bleiben konsequent bleiben darf man da nicht ja gefährden und nach zum Beispiel dem Utilitarismus dürfte man sie abknallen weil so tut man mehr Menschenleben retten als man ja als man insgesamt schadet ja Nietzsche wird jetzt in solch einem Fall vielleicht auch nicht wirklich groß was dazu zu sagen haben weil er einfach nicht in solchen Sphären denkt sondern man muss sich seine Welt wirklich als eine Kulturwelt vorstellen ähnlich wie das vielleicht in der griechischen Polis vielleicht auch später noch im Heiligen Römisch Reich Deutscher Nation ausgeprägt war dass man eben nicht in so Nationen großen Staaten denkt sondern in wirklich lebensnah in den einzelnen Wirksphären des Menschen hat er auch hinterlegt also er hat das Opfer auch für sich selbst gebracht was er jetzt verlangt hat oder hat es wäre bereit gewesen dieses Opfer zu bringen also Sie sehen man kann das auch so interpretieren natürlich hat Nietzsche seinen Willen zur Macht auch jetzt nicht nur aufs Individuum ausgedehnt sondern auch gesagt das gilt auch natürlich für große Völker auch große Völker in der Geschichte haben ihren Willen zur Macht gelebt woran für Nietzsche finde ich jetzt noch super dass er das erwähnt denn ja das hat auf jeden Fall noch gefehlt wie nichts Schlechtes ist dann sagt er zum Beispiel jene großen Treibhäuser für starke für stärkste für die stärkste Art Mensch da kommt jetzt dieses stark und schwach weshalb er eben auch viel kritisiert wird ja er wird deswegen vielleicht kritisiert aber es gehört auf jeden Fall zu seiner Philosophie und ich finde es auch gut dass der Ziegler da wirklich auf so viele Aspekte eingeht die alle Daseinsberechtungen haben und als bis er auch noch nichts rausgelassen hat vielleicht noch den Übermensch könnte man ein bisschen genauer eingehen und die ewige Wiederkehr des Gleichen wurde auch noch nicht erwähnt mal schauen ob das noch kommt jene großen Treibhäuser für starke für die stärkste Art Mensch die es bisher gegeben hat die aristokratischen Gemeinwesen in der Art von Rom und Venedig verstanden Freiheit genau in dem Sinne wie ich das Wort Freiheit verstehe als etwas das man hat und das man nicht hat das man will das man erobert genau jetzt natürlich wieder spannend ob er diesen Willen zur Macht oder diesen Freiheitswillen individuell oder für ganze Völker meint in dem Falle glaube ich bei dem bisschen Zitat was wir haben ich weiß nicht woher das stammt dass er die ganzen Völker meint also die Römer und die aus Venedig die Menschen und auch nochmal diese Völker dann quasi würde ich sagen dass er vielleicht die Bewohner Venedigs als ein Volk gesehen hätte Nietzsche hätte die norditalienischen Städte geliebt war auch sehr viel in Nizza unterwegs und fand das Klima dort ganz toll Entschuldigung immer noch die Erkältung aber ja dass das eher so seine so wie er Kultur im kleinen Sinne versteht also dieses Denken als ein Volk dass tatsächlich ein Volk sein will sich als ein Volk versteht und etwas erreichen will etwas sich erkämpfen will einen gemeinsamen Willen hat und genau das alles auch will der Wille zählt nämlich und der schafft es ja dann auch wenn er stark ist sich irgendwie auszudehnen was man jetzt auch heute nicht in so einem imperialistischen Sinne verstehen darf ein Riesenstaat dehnt sich aus um irgendwas zu machen so das ist für Nietzsche viel zu weit weg von der Realität der einzelnen Menschen sondern es soll wirklichen Bezug zum Leben Lebensnähe haben also da schwebt im Rom vor das alte Rom und Venedig das waren Gemeinwesen die ihre Freiheit und ihre Selbstentfaltung genützt haben um zu erobern um das zu behalten und dazu zu gewinnen was sie noch nicht haben und deswegen hat Mussolini Nietzsche auch so toll gefunden weil er ja auch das alte Rom und den alten Glanz wieder beleben wollte aber wir werden gleich sehen dass es Nietzsche darum eigentlich gar nicht ging er feiert nämlich auch Venedig und wenn man dann weiterliest sagt er auch die norditalienischen Städte haben großartig den Willen zur Macht entfaltet und ich zeige Ihnen jetzt gleich mal warum er sagt übrigens in der Renaissance also zu dieser Zeit als Venedig und später Florenz und diese norditalienischen Städte diese irre Macht hatten hat die Menschheit einen enormen Schritt nach vorne gemacht er behauptet sogar die Europäer von heute oder der Europäer von heute bleibt genau auch mal ein spannendes Thema das ja auch ein paar Videos schon mal angesprochen hat in der Renaissance da war der Mensch wieder kurz davor anzuknüpfen an die alte Herrlichkeit ganz viel was durch das Christentum zerstört worden ist ist in der Renaissance wieder hervorgekramt worden ähm im Stile der Kunst und ja des Denkens über die Welt aber wurde dann eben von Luther von einem Deutschen wieder wurde das Christentum reformiert das wurde neu formiert und hat da noch mal die Macht erhalten in einem wissenschaftlichen sind jetzt nicht mehr an einem blinden Glaube an Gott sondern in einem Glaube an die Wissenschaft weiterzuleben das war natürlich auch ganz furchtbar in seinem Werte unter dem Europäer der Renaissance also die haben in der Renaissance was Großartiges geleistet und da ging es ihm nicht jetzt drum dass Venedig da mit seiner Handelsflotte den ganzen Mittelmeerraum mächtig kontrolliert hat es ging ihm auch nicht drum dass die Borgia da regiert haben in gewisser Weise schon denn das waren so Machtmenschen so sinnliche fast schon dionysische Menschen die das Alter überwinden können wenn er denn zum Beispiel zum Papst auch gekürt worden wäre sondern es ginge im Wesentlichen darum dass in der Renaissance ein enormer Akt der Selbstbefreiung des Menschen stattgefunden hat erstmals sind die Wissenschaften aufgeblüht die Ärzte haben Leichen sezieren dürfen und erstmals hat man sich auch befreit von dem Jahrtausende Es gab es natürlich auch schon vor der Renaissance zum Beispiel bei dieser Drobador Dichtung in Südfrankreich dem auch die Lieder des Prinzen Vogelfrei oder die haben damals die Lagayas die gesamte fröhliche Wissenschaft ist daran ja auch angelehnt vom Titel her ihr müsst es mal googeln auf Wikipedia findet ihr da bestimmt was dazu woher dieser Name stammt also das gab es schon öfters aber in der Renaissance war es so mächtig dass es wirklich hätte kulturbeherrschend werden können denn diese Trubadoren wenn man es so sagen kann die wurden dann von von christlichen Herrschern wieder allesamt vertrieben und zerschlagen genau aber die Renaissance die hätte das einen schon geschafft wenn dann nicht halt die hätte dieses christentum überwunden wenn dann nicht dieses verwissenschaftliche christentum nochmal komplett und das dann wieder klein gehalten hat mittelalterlichen denken also sie wissen die Künstler haben beispielsweise auch Leonardo da Vinci oder Michelangelo das waren ja auch Wissenschaftler die hatten ein ganz freies aufgeklärtes denken und erstmals wurde auch perspektivisch gemalt das ganze im mittelalter war nur zweidimensional ja und da hat man die heiligen scheine gesehen aber das hat ja da sieht man mal sehr schön wie wirklich diese neue art von kultur die alte tatsächlich vollkommen überwunden hat und dann ganz andere stile hervorgebracht hat auch vielleicht ich habe in Bamberg studiert mein erstes studium gemacht meinen ersten bachelor und da gibt es im Bamberger Dom den Bamberger Reiter übrigens auch das einzige Papstgrad nördlich der Alpen ist in Bamberg allerdings nicht im Dom sondern im Kloster auf jeden Fall oder ist es auch im Dom ich weiß nicht auf jeden Fall auch das des Bamberger Kaisers Heinrich II liegt dort im Dom und in diesem Dom ist auch der Bamberger Reiter der ist auch sehr bekannt und der war die erste reiterliche Darstellung also eine Darstellung eines Reiters ein bisschen ein Stein gehauen quasi eines Reiters mit Pferd seit der Antike und das auch wahnsinnig spannend ich glaube auch seit der Renaissance steht er dort und das zeigt eben auch dass da ein wirklich was für ein Kulturwechsel dort stattgefunden hat so und das Christentum kommt und das ganze Antike wird vergessen ist unter Schichten von Erde begraben und dann kommt das Christentum und dann kommt die Renaissance und buddelt das wieder aus und will daran anknüpfen aber auf neue Art genauso ist es glaube ich wie Lynch sich das so eine Überwindung vorgestellt hat natürlich schon angeknüpft an das Alte aber in anderer Form also auch wieder starke Werte aber neu also nicht wieder komplett zurück in die Antike sondern auf neue Weise mit neuen Arten von Kunst und mit neuen Ausprägungen ja da ging das los die Perspektive kam dann die ganzen Wissenschaften sind aufgegeben das hat ihn begeistert oder der Brunel Physischer sagt die Renaissance weil Nackte war ja völlig verboten im Mittelalter und dann haben die natürlich was sagt auch ganz gut wie beherrschend dieses asketische Christentum war aber dann eben wie gesagt fast überwunden ich sage was Spannendes gemacht die Renaissance Künstler die haben einfach gesagt wir malen so antike Sachen die Venus von Botticelli und natürlich muss so eine antike Göttin Venus nackt sein und dieser Aufbruch hat ihm halt gefallen also da schreibt er zum Beispiel die italienische das ist kein Druckfehler früher hat man das so geschrieben die italienische Renaissance mark in sich die Befreiung des Gedankens die Missachtung der Autoritäten den Sieg der Bildung über den Dünkel der Abkunft Begeisterung für die Wissenschaft Entfesselung des Individuums eine Glut der Wahrhaftigkeit also Sie sehen Wille zur Macht bedeutet bei Nietzsche nicht unbedingt geeroberungen sondern da geht es ihm mehr auch um eine geistige Entfaltung so und ich finde das hat jetzt ganz lang gefehlt oder ich mir ganz lang noch gewünscht dass er es sagt und ich finde es jetzt herrlich dass er es noch sagt und es wird jetzt auch zwei Themen verknüpft er kommt nochmal auf den Willen zur Macht zurück im Sinne dieses ja dieser Kulturgeschichte die er gerade behandelt aus Nietzsches Augen heraus also Auf und Niedergänge ganz super um eine künstlerische Entfaltung und damit sind wir schon bei unserer Ausgangsfrage und bei unserem letzten großen Kapitel ja wie macht man denn das ja wie können wir uns selbst entfalten was ist nun dieser Übermensch den er uns empfiehlt die Götter sind tot nun wollen wir dass der Übermensch lebe also letztes großes Kapitel der Übermensch dann hat er auch wie gesagt sehr sehr viel oder eigentlich auch alles was mir gerade so in den Sinn kommt behandelt mal schauen ob auch die ewige Wiederkehr desgleichen da noch anspricht für viele ist es ja auch ein Gedanke der den Nietzsche gleich auch wieder verwirft und der nicht wichtig ist und der mehr so eine kurze Idee von ihm war dass es wie es anders sein könnte wenn die gesamte Kausalität nicht auf einen Gott zurückgeht der alles erschafft sondern alles sich stets wieder selber abwechselt was ja auch gut zu Nietzsches Willen zur Macht passt also ja mal schauen wer oder was ist nun aber mal schauen ob er das noch anspricht weil für manche ist es wichtiger für manche ist weniger wichtig wäre es auch nicht wahnsinnig schlimm wenn es fehlen wird aber für die meisten ist es doch ein Begriff deswegen mal gucken der Übermensch und können wir hier im Saal vielleicht auch Übermenschen werden oder vor dem Bildschirm und das schauen wir uns jetzt noch an zum Schluss der Übermensch sagt der Nietzsche der Übermensch liegt mir am Herzen der ist mein erstes und einziges und nicht der Mensch nicht der Nächste nicht der Ärmste nicht der Leidenste nicht der Beste und das ist schon mal interessant dass er sagt der Übermensch liegt ihm am Herzen ich muss trotzdem noch mal gucken das lässt mich nicht los das kann ich schließen der Übermensch liegt mir am Herzen ja wahrscheinlich ist das also sprach Zarathustra genau der Übermensch liegt mir am Herzen der ist mein erstes und einziges vom höheren Menschen ja das ist aus dem vierten Teil schon relativ am Ende und genau deswegen habe ich gerade auch nochmal nachgeschaut das ist natürlich schon interessant auch zu wissen ob das jetzt Nietzsches eigene Meinung ist oder ob er es Zarathustra in den Mund legt denn das macht schon etwas aus natürlich äußert Nietzsche seine Gedanken durch Zarathustra aber trotzdem ist es eine literarische Figur und er sagt ja selber hat einmal geschrieben wenn Goethe ein Faust gewesen wäre dann hätte er kein Faust verfassen können und so ist es mit Nietzsche und Zarathustra natürlich auch wenn Nietzsche ein Zarathustra gewesen wäre dann hätte er nicht dieses Werk verfasst genau und nicht der Beste ich glaube da es könnte jetzt eine Steigerung von Gut sein das könnten wir hier gleich nochmal sehen wie wird der Mensch überwunden genau und ja nicht der Beste könnte könnte eine moralische Steigerung von Gut sein nicht der Mensch und dieser Übermensch ist eben nicht der Nächste das ist eigentlich klar und auch nicht der Ärmste und nicht der Leidenste das ist wieder Zarathustra rät ja zur fernsten Liebe anstatt zur Nächsten Liebe auch das ein Kapitel seines Buchs was wir ja schon von Nietzsche wissen seine wie soll ich sagen negative Einschätzung der christlichen Helden also der Held am Kreuz der Jesus am Kreuz ist der Leidenste oder auch der Ärmste also der wie soll ich sagen der Übermensch der Religionen ist ja der Asket so wie Buddha der sich zurückzieht oder eben wie Jesus oder auch genau es kann aber auch der Philosoph sein der sich halt in die Wüste zurückzieht damit er frei denken kann oder auf einsame Berge aber er verkündet eben nicht die Sklavenmoral und Jesus und Buddha waren schon also er bewundert Nietzsche bewundert sie auch auf irgendeine Weise weil sie so krasse Rebellen waren aber natürlich Buddha für ihn Nihilismus weil er sich eben ins Nichts verlieren will in die Leidfreiheit abtreffen will ist quasi der asiatische Schopenhauer in ja doch kann man so sagen ein bisschen dicker war er halt Buddha aber ansonsten und Jesus Christus schon auch ein Reformator der aber wenn er älter gewesen wäre seine Lehren wieder wieder rufen hätte und erkannt hätte dass er auf dem falschen Weg ist weil Nietzsche schon ihn für einen halbwegs klugen Menschen gehalten hat eben ein ein Macher auch aber ja trotzdem darf man das denke ich schon so sagen in so einem Vortrag die Franziskaner und zahlreiche Bettelorden die hatten ja nur einen Strick um den Bauch und hatten ihre Kutten an da gab es dieses Ideal der Verweigerung von von jedem Eigentum von allem was hiesig war und das lehnt er ab also das ist nicht der Übermensch der Übermensch ist nicht der Asket Sie wissen Nietzsche hat sehr viel von Schopenhauer und Schopenhauer sagt ja ja man muss Asketisch sich rausnehmen sagt er nein nein der Übermensch ist nicht der Leidende nicht der Ärmste nicht ja also Schopenhauer sagt es ein bisschen anders der sagt man so halt Leid vermeiden aber nicht durch die Askese sondern ja wenn wir hungrig sind dann essen wir so immer Willen ausgleichen aber es ist letztendlich kein Sinn da dahinter und ja Askese wäre dann wirklich zu sagen wir müssen diese sinnlichen Begierden allesamt abstellen das sagt Schopenhauer nicht sondern er sagt schon wir können sie schon befriedigen aber letztendlich ist trotzdem kein Sinn dahinter so bei den bei den Asketen die denken es wäre ein Sinn dahinter aber es ist keiner dahinter und Schopenhauer weiß schon dass kein Sinn dahinter ist ist deshalb schon einen Schritt voraus und deswegen hat Nietzsche ihn ja auch ganz lang so gefeiert weil er quasi das alte Christentum und diesen ganzen alten Gottglauben so schon hinter sich gelassen hat jetzt wird es aber spannend nicht der Beste warum nicht der Beste man sollte ja meinen jetzt bin ich auch gespannt ich habe das ja gerade schon moralisch argumentiert dafür nach dem was wir bisher von Nietzsche wissen dass der Übermensch der Stärkste ist der sich entfaltet ergo auch der Beste und so ist es aber nicht gemeint ihm geht es tatsächlich da drum es geht ihm nicht da drum dass das einer ist ein Kapitalist der irre erfolgreich ist im Unternehmen oder ein Politiker oder Alexander der Große der ein Riesenreich erobert es geht ihm nicht drum dass der Beste der Übermensch ist er sagt die höhere Natur des großen Mannes liegt in der Unmitteilbarkeit das ist jetzt interessant in der Unmitteilbarkeit nicht in irgendwelchen Wirkungen ob er auch den Erdball erschüttere ja dann sind wir jetzt nochmal bei Nietzs Machtverständnis ich finde das auch nochmal sehr schön ist dass er das so erwähnt genau nämlich ja Alexander der Große war schon auch ein Macher weiß nicht was für Werte er transportiert hat die Nietzsche nicht toll hätte finden können Napoleon ist zum Beispiel so ein Beispiel der hat im Nachhinein gesorgt dafür dass Nationalismus oder so salonfähig wird aber Napoleon trotzdem auch ein wahnsinnig Macher und ein willenhafter Mensch gibt ja diese Geschichte dass er aus Spanien kommt wo er gerade viel erobert hat und in Paris wurde revoltiert und dann stehen ihm quasi Soldaten da entgegen in einer Übermacht und Napoleon geht vor sie hin und sagt ja wollt ihr wirklich auf mich auf euren Kaiser schließen und überredet ihn dann tatsächlich noch dass sie sich ihm anschließen und zusammen wieder Paris zurück erobern also ja sowas ist für ihn schon übermenschlich und aber nicht nur sowas nicht nur so erobern nicht nur darin drückt sich macht aus sondern wirklich auch im Erschaffen von etwas in neuen Werten das hat er ja auch irgendwie geschafft Napoleon aber auch ein Goethe wie gesagt hat es geschafft oder auch ein ja also nicht nur Schriftsteller auch Musiker von einem Richard Wagner war ganz lang auf dem Pfad und gedacht hätte ja das ist eine neue Zeit die er dadurch uns kulturell bringt durch diese Musik die er schafft also die höhere Natur des großen Manne also es darf schon den Erdball erschüttern es muss aber auch nicht es kann auch unerfolgreich sein es kann auch ein Nietzsche sein der quasi zwar auch den Erdball erschüttert aber zu seinen Lebzeiten nicht wirklich bekannt ist und davon gibt es bestimmt noch mehrere Denker und Philosophen die bis heute noch nicht so wirklich bekannt sind weil sie einfach nicht groß Beachtung geschenkt bekommen haben aber trotzdem ein sehr dionysisches Leben geführt haben auf dem Weg zum Übermenschen liegt nicht darin dass der riesige Wirkungen erzielt und den ganzen Erdball erschüttert sondern in seiner Unmitteilbarkeit ja was meint er denn damit dass jemand unmitteilbar ist und wieso soll das eine Qualität sein dass der sich nicht verständlich machen kann es ist quasi die Avantgarde wahrscheinlich komplett falsch gesagt gerade Avantgarde Avantgarde sorry aber ja es sind diejenigen die vorangehen in einer großen Bewegung und es kann sein dass die Zeit für die noch nicht gekommen ist Nietzsche sagt ja selber für sich auch seine Zeit in 100-200 Jahren irgendwann ja und die Unmitteilbarkeit die spricht halt dafür dass man etwas Großes schafft und halt so sich nicht schert was jetzt andere groß darüber sagen werden und einen verurteilen werden sondern man macht sein eigenes Ding und dass das andere nicht verstehen oder noch nicht verstehen das ist ein Zeichen dafür dass man das nicht macht um anderen zu gefallen ja und deshalb wie gesagt der Übermensch der schert sich nicht was andere sagen der ist ja die meiste Zeit auch als er zum Übermensch wird in der Einsamkeit um seine Werte für sich zu verarbeiten deswegen darf der sich nicht drum kümmern was andere denken und er führt es aber ziemlich gut aus er sagt naja es geht letztlich darum dass wir eine eigene innere höhere Idee finden also unsere innerstes kreatives Potenzial unsere innerstes höheres Wesen wenn wir das finden dann müssen wir das leben und dann ist es auch egal ob wir verstanden werden und uns mitteilen können dann müssen wir das durchziehen und er schreibt viele große Schriftsteller und auch Maler die hatten so was die haben ihr Ding gemacht unabhängig da ja er hat es noch mal viel schöner jetzt gerade noch mal ausgedrückt wie ich das hätte je machen können ne aber wirklich sehr toll finde ich jetzt noch mal die Ausführung davon ob sie verstanden wurden zum Beispiel das ist jetzt nicht von Nietzsche selber das Beispiel ist aber finde ich recht gut der Van Gogh der der Van Gogh der war ja bettelarm sein ganzes Leben und alle haben nur den Kopf geschüttelt über seine Bilder keiner hat ihn verstanden weil der hat in einer ganz neuen Art gemalt ja es gilt ja zu gehört zu den Stammvätern des Expressionismus der hat wenn der ein Kornfeld gesehen hat mit so Raben drüber und ein Sturm kam dann hat er das gemalt das ist total unheimlich der konnte seine Stimmungen die er gespürt hat seine Art wie er Wirklichkeit wahrgenommen hat konnte der auf die Leinwand bringen und dann war da nichts idyllisches mehr der sich ja dann das Ohr abschneidet und in die Irrenanstalt kommt das teilt er sich ja nicht für dieses Schicksal ja so ein paar Philosophen oder Denker oder Künstler die einfach durchgedreht sind und dann vielleicht sogar im Selbstmord geendet sind weil sie nicht verstanden worden sind extrem schade hier seht ihr zum Beispiel so einen aber auch Heinrich von Kleist ist ja zum Beispiel ja so einen Schriftsteller der sich dann die Kugel gegeben hat aber auch Hölderlin zum Beispiel ist verrückt geworden auch das teilt sich und das sind oft bei so Künstlern würde ich sagen dass es schon eine Art Berufskrankheit ist dass man sich seiner eigenen Kunst so hingibt dass man daran untergeht aber ja dieses eigene Schicksal das Nische hatte er leiden müssen das spricht ja auch schon dafür dass er das in seiner Philosophie so trotzdem in irgendeiner Form glorifiziert hat und da spricht auch immer seine Integrität dass er das wirklich gelebt hat was er da als Übermenschen eigentlich bezeichnet hat oder als starken Menschen jetzt ohne sich selber zu beweihräuchern mit dem Wort Übermensch sondern dem Ganzen eine philosophische Basis gegeben in diesem künstlerischen Leben und das so gerechtfertigt und das ist eine sehr große Kunst und auch ein sehr ja wirkmächtiges Kunstwerk das er dort geschaffen hat die haben gesagt ja sowas hänge ich mir doch nicht auf also der ist gegen Wände gestoßen niemand hat diese diese neue Art dieses Inbrünstigen überhaupt verstanden oder auch die Sonnenblumen wo er da da sieht man diese Sonnenblumen schon schön und toll und kraftvoll vital aber man sieht auch schon ein paar Welkeblätter und man sieht diese ganze Metamorphose dass sie auch sterblich ist und das Leiden dieser Blume also da steckt irre was drin aber das wurde damals überhaupt nicht verstanden dieser neue Realismus einerseits und andererseits diese direkte Art seine Gefühle nur mit dieser gestrichenden Linien wo er fünfmal drüber gemalt hat festzuhalten und äh Sie wissen von Goch ist Bettelarm gestorben und heute sind diese Bilder die teuersten Gemälde auf der ganzen Welt Ja ist schon krass ähm wie gesagt auch Nietzsche war ja wirklich auch gerade so am Ende seines Lebens auch Bettelarm und auch eigentlich von Kleister die Geldprobleme also das ist oftmals auch ein Fluch der Künstler dass sie das noch nicht ihre Zeit ist aber dass sie trotzdem daran bleiben zeigt ja schon auch vom starken Willen ja nichts erreicht solche Preise und dann würde Nietzsche sagen klar es darf auch keine Rolle spielen ob wir jetzt da die Anerkennung äh von den anderen kriegen und es darf auch keine Rolle spielen ob wir mit unseren Taten und dem was wir tun irgendwie mordsmäßig reich werden also es ist keineswegs so genau ökonomisches äh ist bei Nietzsche auch völlig unwichtig weil es ähm ja nichts mit dem tatsächlichen Leben zu tun hat das man führt mit dem tatsächlichen Willen sondern es ist mehr so ein ja Beschäftigen mit dem Markt halt wo die Fliegen sind dass der heute sagen würde die Manager und die und die Banker das sind alles andere als Übermenschen da würde er sagen seht mir doch diese Überflüssigen Reichtümer erwerben sie und werden ärmer damit diese Unvermögenden also sie merken was für eine schillernde Beschreibung er letztlich von seinem Übermenschen gibt ich würde jetzt auch raten dass das aus den von den Fliegen des Marktes ist aus dem Kapitel ähm aber ja das passt jetzt auch nochmal schön zusammen ähm man sieht man kann da sehr wenn man sich mit Nietzsche schon ein bisschen auskennt sehr mitdenken mit diesem Vortrag ich finde den wirklich auch nochmal möchte ich nochmal betonen echt richtig gut und äh er fügt auch noch hinzu leidenschaftliche Menschen denken wenig an das was die anderen denken ihr Zustand erhebt sie über die Eitelkeit auch das ist ihm wichtig da kommt natürlich auch vieles aus ihm auch nochmal das perfekte Zitat dazu was gerade gesagt wurde Ebstraus weil er selber wissen sie der war auch wenn man so will spätelarm er kein Mensch hat Nietzsche gelesen damals die haben ihn alle für einen Spinner gehalten und er hat seine Bücher die Verleger haben dann seine Bücher nicht mehr genommen dann hat er in seiner Verzweiflung die selber drucken müssen ja erst auch Verzweiflung hat dann auch immer noch gefragt ob er schon Geld haben kann von seiner Rente noch ein bisschen Vorschuss haben kann und so aber trotzdem war zu dem Zeitpunkt der festen Überzeugung dass er ganz ganz groß rauskommt ähm ja das war wie gesagt in den letzten Jahren ähm kann man jetzt überlegen ob da vielleicht schon ein bisschen Wahnsinn dahinter gesteckt hat oder einfach ähm also man kann auch dagegen argumentieren dass das einfach ein äh Vorahnen war denn es ist ja letztendlich so gekommen das wissen wir heutzutage ganz gegen Ende seines Lebens das hat er aber schon nicht mehr mitgekriegt weil er schon erkrankt war ist dann tatsächlich äh das auf fruchtbareren Boden gefallen aber er selbst hat das auch so erlebt ja aber das ist jetzt nur äh sozusagen ein Nebenschauplatz und er sagt eben äh ein jeder hat seinen guten Tag wo er sein höheres Selbst findet also darum geht es ihm dass wir unser höheres selbst finden ja und er sagt jeder hat so Momente man soll zum Beispiel einen Maler nach seiner höchsten Vision dir zu sehen und darzustellen vermochte taxieren und verehren genau und ähm jetzt nochmal das wird Nietzsche auch dann oft vorgeworfen dass er selber eben so zum Beispiel in diesem Gespräch von Herrn Desch dass Nietzsche so ein armer Schlucker war und ähm deshalb darf man es auch nicht so ernst nehmen weil er war selber so ein armer Typ und er ist einsam gewesen und so nee also natürlich soll man die Psychologie und die Physiologie hinter einem Menschen äh sind die verantwortlich für Gedanken die man denkt aber man soll sie nach der höchsten Vision eben und nach dem das Wert das Werk das steckt dann doch noch in gewisser Weise für sich denn der Künstler ist nur die Vorbedingung des Werks und deshalb ähm ja ist man da wirklich unfair wenn man sagt dass ähm man Nietzsche jetzt darauf reduzieren sollte auf seine Psychologie das hat er nicht genauso mit Sokrates gemacht sondern er hat gesagt ja es ist ein schwacher Leib oder insgesamt bei den äh an der Sklavenmoral Sklavenmoral sind schwache ähm Leiber die dann halt irgendwie ähm sich rechtfertigen wollen indem sie in eine andere Welt abtauchen aber trotzdem es geht um die Vision die ähm der man anhängt es geht um die Werte ob sie stark oder schwach sind und es geht dann vor allem auch ähm um die ja um das Werk das man geschaffen hat und das steht dann für sich und ähm wenn das starke Werte oder schwache Werte vertritt trotzdem ist es etwas Geschaffenes und ähm das Werk jetzt zu sagen das brauchen wir überhaupt nicht lesen das ist Schwachsinn und so weil die Person selber schwach war so hätte er nie gesagt also ne er tut jetzt auch nicht sagen Sokrates Werke oder das was er gesagt hat das was Platon niedergeschrieben hat wäre vollkommener Quatsch sondern er sagt ähm ja ja es hat verschiedene Gründe ist halt Dekadenz natürlich als auch von seiner Physiologie es steckt auch dahinter noch was aber ja man darf es sich dann nicht so einfach machen und nicht ob er erfolgreich ist oder so also ihm war es wichtig die innersten kreativen Potenziale dass wir die verwirklichen und da völlig frei sind und da neue Räume beschreiten das ist jetzt natürlich erst einmal schwierig zu verstehen und auch obskur hinzu kommt dass er den Übermenschen in seinem Buch Zarathustra beschreibt und Zarathustra ist kein herkömmliches philosophisches Werk sondern das ist ein poetisches Werk wo er seinen großen Propheten Zarathustra der kommt am Anfang des Buches kommt der aus den Bergen runter und erzählt dann denen wie die Welt aussehen soll also der hat einen eigenen ja wie die Welt aussehen soll weiß ich ob das jetzt genauso richtig also ich glaube man hat nicht gemeint so wie sie in einem moralischen Sinne aussehen soll sondern wie die Welt tatsächlich aussieht und was geschaffen Großes geschaffen werden kann wenn man nur endlich sich dazu aufrafft also das ist glaube ich eher aber natürlich auch den gesamten Zarathustra haben wir noch gar nicht behandelt fällt mir erst jetzt auf gut dass es jetzt noch gemacht wird auf jeden geschaffen ja und dieser Zarathustra sagt uns dann wie der Weg zum neuen Menschen gehen soll und da gibt er uns also viele sagen auch ja da ist mehr das Genie gemeint und sie sehen ja es geht ihm vielleicht mehr um Künstler um Genies um Denker um Philosophen etc aber ich behaupte mal er hat auch einige andere Zitate die zeigen dass es ihm nicht nur um die Genies geht also hier schreibt er ja auch ein jeder hat seinen guten Tag und was ich auch interessant finde in dem Zarathustra gibt er uns jetzt noch einen Hinweis den ich ihm zu schluss ja es ist für alle und keiner also es ist natürlich für jeden der dazu den Mut und den Willen und den Erkenntnismut auch hat sich in diese ja diese diese Abgründe zu blicken und das zu überleben ja und dennoch ist es auch für keinen weil natürlich jeder so sein eigenes Ding draus machen soll was es noch geben will wie neben anderen Bedeutung noch die das hat aber es passt gerade ganz gut dazu wir auf dem Weg zum Übermenschen drei Verwandlungen durchmachen genau die drei Verwandlungen natürlich noch das Kamil das erstmal alles erträgt der Löwe der diese Werte die getragen worden sind dann vernichtet und das Kind das neue Werte schaffen kann das vorurteilsfrei an alles herangehen kann und ich habe ja vorher schon gesagt das Kind da merkt man noch das Willenhafte das passt jetzt wieder ganz gut denn ja genau zu diesem willenhaften Verständnis der Welt wenn der Mensch da wieder zurück kann der der Mann dann ist er bereit große Werte zu schaffen große Werke und Werte müssen diesen Hinweis gebe ich Ihnen jetzt noch drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes also drei Verwandlungen des Geistes muss man durchlaufen wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe ganz berühmtes Gleichnis von Nietzsche also der Geist wird erst zum Kamel dann wird das Kamel zum Löwen und am Ende wird der Löwe zum Kind spannend warum zum Kind und mit dem Kamel meint er dass wir alle da geht es jetzt übrigens bei diesem Gleichnis immer um zweierlei um unsere individuelle Lebensentwicklung und um die Geschichte der Menschheit gesellschaftlich im Moment und individuell ist die Phase des Kamels die wir alle durchlaufen diejenige unserer Ausbildungszeit wo wir lernen wo die Eltern die Mentoren die Lehrer immer mehr Lasten auf uns legen also die Phase des Kamels sagt er ist die tragsam duldsame Phase ich finde das super wie das der Herr Ziegler hier so vorträgt ich finde auch eine sehr sympathische und informative Art und spannend also man wird nicht abgelenkt und ja sehr gut die wird alle durchlaufen wir tun immer mehr Wissen auf uns laden immer mehr Moral immer mehr Gesetze immer mehr Verhaltensmuster Etikette Regeln etc. das ist die Phase des Kamels in unserer Jugend dann kommt die Phase des Löwen in der Phase des Löwen zerfetzen wir all das da zerreißen wir das da machen wir uns frei von den alten Traumata von den alten Überlieferungen und Traditionen und dem was die Eltern uns gesagt haben das ist die Phase des Löwens mit seinen Zähnen zerreißt er alles wird oft so interpretiert dass bei vielen ist es die Pubertät wo man sich befreit bei manchen kommt es aber auch viel später im Erwachsenenalter bei manchen kommt es wirklich etwas rebellisches auch deswegen Nietzsche oft gesagt dass es dass er von ja dass man Leute die jugendlich sind oder die gerade in der Pubertät sind irgendwie so ein Nietzscheanisches Phase durchmachen aber natürlich geht es da noch um viel mehr also es ist auch etwas das man gerade erst vielleicht dann durchmachen kann wenn man all diese Werte als Camille schon lange auf sich trägt und verinnerlicht hat und das hat man in so einem frühen Alter noch nicht sondern da braucht es vielleicht auch länger dazu ja genau so das ist ja eben auch so ein Ding bei Nietzsche der sagt zum Beispiel Jesus Christus der hätte wäre älter geworden als 30 irgendwann wieder wieder rufen und gesagt nee es muss sich also er wäre Nietzscheaner geworden hätte gesagt Werte müssen sich abwechseln und es gibt nicht das Gute aber trotz Rebellentum wichtig ist auch ein Zeichen vom starken Willen denn nur so kann man ja alte Dinge wieder beenden und etwas Neues erschaffen aber ja da spielt das Alter auch eine gewisse Rolle und ich glaube Nietzsche wäre jetzt nicht äh also die Teenie-Mädels die einen Status haben mit dem Nietzsche-Spruch die sind jetzt nicht unbedingt das Publikum das sich Nietzsche wahrscheinlich gewünscht hätte sagen wir das mal so in der Midlife-Kreis das ist jetzt egal lassen wir es mal dahingestellt philogenetisch meint er damit die Phase des Löwen ist diese Phase wo die Menschheit also fangen wir an mit dem Kamel am Anfang sind wir alle gläubig und wir sind sozusagen in der Demut und aufgehoben im religiösen Weltbild diese ganze lange Phase nennt er die Phase des Kamels dann aber mit wie soll ich sagen mit dem Löwen da könnte das hat er jetzt nicht so weit ausgeführt die Aufklärung gemeint sein wo wir eben tatsächlich alles zerfetzen und zerreißen und in Frage stellen im Beginn der Natur sind schon alles aber sagt er da dürfen wir nicht stehen bleiben da dürfen wir nicht stehen bleiben bei der Phase des Löwen weder als Individuen reicht es wenn wir uns befreien noch philogenetisch also von der gesellschaftlichen Situation her und zwar sagt er dann jetzt muss die Verwandlung in das spielende Kind kommen natürlich wenn man all diese Werte die man hatte erst mal zerschlagen hat die ganzen Götzen umgeschubst hat dann muss was Neues kommen man muss vorurteilsfrei an die Welt rangehen man muss neue Dinge sich erschließen und ja die für beachtenswert empfinden also mit der Begeisterung von einem Kind an die Dinge herangehen das ist das was Nietzsche damit meint und er stellt eine interessante Frage er sagt in diesem ja leicht wie soll ich sagen pathetischen Ton den der Zarathustra hat spricht er zu seinen Jüngern und zu seinen Brüdern dieser Prophet Zarathustra ist übrigens ein tolles Buch also es macht schon Spaß das mal zu lesen und ist auch super wie er das am Rande erwähnt so das ist übrigens ein tolles Buch also Empfehlung ist raus ja nehmt euch das gern zu Herzen das das stimmt was er da sagt da sagt er aber sagt meine Brüder was vermag noch das Kind das auch der Löwe nicht vermochte ich meine bisher ist es uns ja klar ja erst die Phase des Kamels dann der Löwe aber warum ist diese letzte große Verwandlung eine Verwandlung in ein spielendes Kind man erwartet bei Nietzsche doch eigentlich auf dem Weg zum Übermenschen dass die letzte Verwandlung ein riesiges Monster ist oder ein allmächtiger Drache oder weiß der Täusch nein die letzte Verwandlung was vermag das Kind was nicht auch der Löwe vermochte und er antwortet neue Werte oder eine Schlange oder ein Adler die Tiere des Zarathustras ne die haben noch mal eine andere Bedeutung vielleicht mache ich da mal ein anderes Video drüber aber ja ne der Drache wäre natürlich auch sehr schön gewesen aber der könnte vielleicht den Löwen ersetzen der mit seiner Bissigkeit das Alte zerstört mit Feuer schaffen das vermag auch der Löwe nicht da haben wir das Zitat eigentlich schon vor uns das dafür braucht es das Kind das unvoreingenommen an die Dinge herangeht aber Freiheit sich schaffen neuem schaffen das vermag die Macht des Löwen also der Löwe kann nur Platz machen dafür dass wir was Neues schaffen können aber er setzt noch keine neuen Werte das schafft er noch nicht und Nietzsche sagt auch die meisten Leute schaffen es zwar noch irgendwann in ihrem Leben sich zu befreien von ihrer Erziehung ihrer Herkunft aus den Dingen und allen möglichen Einflüssen aber das Entscheidende ist jetzt was machen wir mit unserer Freiheit was machen wir damit und er sagt manchmal er war ja nicht sehr gesellig Nietzsche sehr allein gewohnt gelebt manchmal haben ihn Freunde besucht und da schreibt er einmal sehr interessant alle erzählen ihm immer von was sie sich alles emanzipiert und befreit haben und was sie endlich alles hinter sich gelassen haben aber ihn interessiert eigentlich mehr wozu nicht frei wovon sie sich alles frei gemacht haben sondern wozu genau nochmal perfekt an das von vorhin eingeknüpft eine Freiheit wozu eine Freiheit die muss man nutzen die muss man ja nutzen sich dem Willen zur Macht zu bedienen und Dinge zu erschaffen Freiheit an sich ist für Nietzsche kein großer Wert so die letzten Menschen sind frei die in der bloß keinem anderen auf die Füße treten und nur nicht leiden und dann alles dafür tun zusammen sich zu tun dass dass es allen gut geht und keiner mehr zu irgendwas bereit ist mehr zu tun als er machen muss ja das sind das von Nietzsche ganz schlimm die sind zwar vielleicht frei aber für was nutzen sie ist zu nichts wie sie jetzt die Freiheit ausfüllen und da schreibt er deinen herrschenden Gedanken will ich hören und nicht dass du einem Joche entronnen bist frei wovon was schiert das Zarathustra hell aber soll mir dein Auge künden frei wozu ein herrliches Zitat aus dem Zarathustra ja und ich glaube dass ihr versteht das jetzt eh wenn ihr bis dahin durchgehalten habt jetzt schon dann versteht ihr sowieso viel mehr als jeder andere und das ist auf jeden Fall schon mal gezeigt von eurem starken Willen ich bin sehr beeindruckt aber ja dieses Zitat spricht auch ein bisschen für sich glaube ich und darum geht es dass wir in dieser Phase des Lebens das finden wozu unser eigenes dianysisch kreatives Potenzial uns sozusagen vorsehen könnte und da ist die Verwandlung in das Kind wichtig in das spielende Kind und jetzt können wir auch verstehen warum weil in dieser Phase nach der Befreiung müssen wir ja im Grunde bei Null anfangen da müssen wir im Grunde unvoreingenommen nochmal auf die Welt zugehen und da sagt er Unschuld ist das Kind und vergessen ein Neubeginnen ein Spiel ein aus sich rollendes Rad eine erste Bewegung ein heiliges Ja sagen zum Spiele Ich glaube das gleiche Zitat habe ich auch mal benutzt in einem Nietzsche erklärt Video mir fällt gerade nicht genau ein in welchem aber ja die Unvoreingenommenheit die ich auch schon erwähnt habe hat auch der Herr Ziegler jetzt hier nochmal davon gesprochen auch sehr schön zum Spiele des Schaffens also er sagt hier also das Kind ist unschuldig ja das ist unvorbelastet und das Kind hat dieses heilige Ja sagen zum Schaffen und Sie wissen wie wir als Kinder uns ja reinsteigern konnten und leidenschaftlich spielen konnten und das müssen wir wieder gewinnen und da meint er nicht nur die ganz großen Künstler aber natürlich gibt es von Picasso auch finde ich ein Zitat was an dieser Stelle sehr gut passt auch Picasso hatte ja das große Problem der hat ja noch mehr wie soll ich sagen die ganze Tradition verlassen durch seine abstrakte Malerei 2000 Jahre lang hat man die Dinge abgemalt und er hat auf einmal abstrakt gemalt und das hat er sich auch nicht gleich getraut und Picasso hat mal gesagt man braucht sehr lange Zeit um jung zu werden das ist finde ich auch ein schönes Zitat was im Grunde genau das Ja ist wirklich ein sehr schönes Zitat und in Zukunft wenn euch jemand sagt ihr seid kindisch dann könnt ihr mit einem nizianisch überlegenen Blick auf diese Person herabschauen was der Nietzsche da sagt man braucht sehr viel Zeit um jung zu werden und jung werden hieß für ihn einfach dann die Dinge so zu sehen wie er sie unvoreingenommen sieht und dann ist er in diese Abstraktion reingekommen und darum geht es Nietzsche dass deswegen diese dritte Verwandlung in das spielende Kind und manche sagen naja mit dem Übermenschen meint er mir einzelne herausragende Persönlichkeiten die von Zeit zu Zeit kommen aber ich denke es ist schon erlaubt zu überlegen ob das nicht auch für uns zutreffen kann sehr neutral ausgedrückt ich glaube zwar auch eher dass das erstere dass es einzelne auserwählte Personen sind die dazu fähig sind es kann gar nicht für alle sein obwohl natürlich alle es für alle gilt wie gesagt für alle und keinen aber es natürlich stachelt ein solches Narrativ die Menschen dazu an auch zu versuchen so ein Leben zu führen und schaffen das Leben und das ist mit Sicherheit nichts Schlechtes auch deshalb wieder für alle und keinen das ja und da sagt er zum Beispiel auch in den Aphorismen Reife des Mannes das heißt den Ernst wiedergefunden zu haben den man als Kind hatte beim Spiel Reife des Mannes heißt den Ernst wiedergefunden zu haben den man als Kind hatte beim Spiel gilt für das ganze Leben als ein Spiel betrachten natürlich trotzdem mit dem nötigen Ernst sich in Dinge rein vertiefen also ich glaube aus dieser Sicht kann man vom Kinde sehr viel lernen so auch was den Willen angeht möchte jetzt nicht sagen dass in Nietzsches Idealer Welt alle Menschen Kinder wären das ist ja auch Quatsch aber zumindest so ein ein kindliche Herangehensweise ein kindlicher Entdeckungsdrang und ja ihr kennt das vielleicht selber auch von Kindern oder von euch selber wie sehr man sich hat begeistern können für die Dinge und genau das soll der Übermensch eben auch machen und machen können die Frauen natürlich ganz genauso Reife der Frau würde auch heißen dass man den Ernst wieder findet muss man natürlich jetzt auch sagen dass Nietzsche schon Antifeminist war aber wer weiß also vielleicht hätte er auch seine Meinung geändert wenn er in einer anderen Zeit geboren wäre was sich nicht verändert hätte wäre dieses Streben zum Mächtigen und da können sich natürlich auch Frauen dran versuchen auch wenn Zarathustra eben sagt Zarathustra und nicht Nietzsche dass die Aufgabe der Frau ist den Übermenschen zu gebären ja eigenschaftlich reinzusetzen in so ein Spiel sich zu vertiefen sich darin zu verlieren um diese Dinge geht es ihm das sind die Schritte auf dem Weg zum höheren Selbst im Grunde was ich da ich behaupte dieser Übermensch ist eine einzige große Selbstverwirklichung Coming Out Geschichte die er uns da erzählt gut und aber es gibt ein großes Hindernis wenn wir jetzt schon nachdenken ob das auch für uns in Frage gäbe da schreibt Nietzsche es gibt ein großes Hindernis nämlich die Zeit da sagt er alle Menschen zerfallen wie zu allen Zeiten auch schon alle Menschen zerfallen wie zu allen Zeiten so auch jetzt okay den Übergang finde ich jetzt nicht ganz so gelungen weil da hätte also man sieht es jetzt sind es nur noch vier Minuten ähm nicht mal wahrscheinlich die ewige Wiederkehr das gleiche wird da wahrscheinlich nicht mehr vorkommen ähm und man hätte noch ja darauf eingehen können ähm dass jetzt weiß ich gar nicht mehr worauf man hätte eingehen können aber naja ähm auf jeden Fall ja vielleicht auch das Verhältnis zur Frau wenn es das war ähm das ist jetzt natürlich auch nochmal ein sehr bekanntes Zitat das überall äh wieder hingeschrieben ist aber ja das ist sagt nochmal auch wie Nietzsche wie selbstverständlich er diese Freiheit nimmt aber ja wie gesagt trotzdem ähm ist jetzt nicht weiter schlimm ist noch in Sklaven und frei denn wer von seinem Tage nicht zwei Drittel für sich hat ist ein Sklave ja er fand auch ähm jetzt Sklaventum nicht so super schlecht muss man auch dazu sagen ähm aber ist trotzdem auch ein ganz gutes ein ganz guter Satz der sich heute halt auch sehr schön ähm replizieren lässt den man auch heute noch gut sagen kann und damit auf jeden Fall ein paar Reaktionen äh abtrotzt sei er äh er sei für die Gehaltserhöhung argumentieren kann damit mit Nietzsche das ist doch mal was übrigens was er wolle Staatsmann Kaufmann Beamter Gelehrter also wer von seinem Tag nicht mindestens zwei Drittel für sich hat dieser Sklave ganz egal ob der Minister ist oder Herr Kaufmann er ist Sklave und ich denke es mir oft meine Damen und Herren wenn ich abends heimkomme bin erschöpft nach so einem acht Stunden da kommt kein kreativer Gedanke mehr da macht man den Fernseher an und aus und äh das ist im Grunde was er da sagt ist fast eine Menschenrechtsforderung man sollte wirklich zwei Drittel des Tages für sich haben nur dann können wir überhaupt unsere Potenziale schöpfen und der Gesellschaft zukommen lassen also das würde bedeuten nehmen wir mal an wir stehen um neun auf naja sagen wir mal acht Uhr und nehmen mal von acht Uhr bis zwanzig Uhr das wäre jetzt der Tag den wir gestalten wo wir fit sind wo wir wach sind und da zwei Drittel also das wären jetzt zwölf Stunden da wären zwei Drittel wenn ich es richtig rechne wir brauchen quasi wir dürften am Tag eigentlich nur vier Stunden arbeiten was er hier sagt ist der Vierstundentag ich weiß nicht was gerade im Publikum gesagt wird aber unterstreiche ich so die Argumentation einfach nur weil ich auch den Vierstundentag will zum Beispiel ja absolut der Kreis wird sich auch jetzt noch mehr schließen weil ich jetzt sozusagen das auch gleich beenden möchte also Nietzsche ich fasse zusammen Gott ist tot neue Götzen Kapitalismus Sozialismus Nationalismus Rassismus dürfen wir nicht anbeten das wäre falsch das machen nur die Kleingeister die nur Ja wie gesagt also dass dann schön auch nochmal das Zusammenfassung kommt diesen Teil hätte ich jetzt ein bisschen anders ausgedrückt aber ja man kann es schon so kann man schon so sagen in diesem 60 Minuten Vortrag ansonsten war der ganz großartig bis jetzt und ich möchte nochmal ja jeden anstacheln den guten Herrn Ziegler zu abonnieren das Video das euch gefällt zu liken und immer ein nettes Kommentar dazulassen weil das wirklich super ist was er da macht sind irgendwelche falschen Gefühle zu entwickeln anstatt selbst ihr eigenes zu entfalten und wir müssen jetzt umgekehrt versuchen uns entschlossen nach dem Ton Gottes selbst zu entfalten unser höheres inneres Wesen zu entfalten und da gibt uns Nietzsche noch zwei Hinweise zum einen ist es wichtig dass wir wieder dionysischer werden das heißt dass wir lustvoll leben dass wir das über Jahrhunderte unterdrückte dionysische Prinzip genau absolut hat er recht dass kreative dionysische wieder das sinnliche wieder voranbringen und weg von diesem geistigen weltfremden kommen dass auch die Schatten des Christentums eben die uns noch überschatten quasi unsere Kultur auch die müssen wir loswerden tief dionysische auch wieder mehr sozusagen zu Wort kommen lassen wobei ich Ihnen sagen muss also er sagt ja auch es gibt mehr Leute die haben dionysisch mehr Anteile und manche die haben apolinisch mehr Anteile ich selbst habe jahrelang eine Filmhochschule geleitet und die Dionysiker schwierige Leute also meine Registudenten weil die schöpfen dann aus ihrem Innersten und dann sind sie nicht mehr kritikfähig weil das ja und die sind natürlich dann auch rauschhaft und willenhaft die kann man natürlich schwer bändigen kommt ja aus einer Quelle die über jede Kritik mit den Apolinikern die denken Logiker mit denen können sie diskutieren da geht es um Argumente die Dionysiker sind schwierig aber das ist jetzt nur ein Exkurs letztlich und die müssen natürlich auch so sein die Kreativen muss man auch wieder sagen die müssen sich auf das verlassen was sie als Innerstes Höherstes erkannt haben aber Nietzsche rät uns also auf unserem Weg tatsächlich auch unser dionysisches Prinzip wieder zu berücksichtigen unsere Intuition und zweitens was ich auch eigentlich recht schön finde dieses Bild diesen Gedanken dass wir vielleicht versuchen sollten auch mal wieder zum spielenden Kind zu werden und so möchte ich schließen mit einem Zitat von ihm man muss noch auch eines der schönsten Zitate das tatsächlich dass man auch für sich so mal stehen lassen kann genau man muss ein quasi ein Dionysos sein oder zumindest ein ein Huldiger des Dionysos dass man noch etwas von wahnsinnig großem Wert erschaffen kann und es in Nietzsches wunderschön worden da ich wo ich auch keinem 15-jährigen Teenie-Mädchen sauer sein kann wenn es das in irgendeiner Form medial verbreitet also ja wirklich sehr schön in sich haben um einen tanzenden Stern gebären zu können vielen Dank ja Applaus ja nochmal wir sind jetzt am Ende ich warte jetzt noch kurz ab was kommt nee also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt dann erstmal großen Respekt ihr habt gezeigt dass ihr einen sehr starken Willen habt das bisschen durchzugucken und ihr kennt euch bestimmt jetzt mit Nietzsche auch so weit aus dass ihr bestimmt Lust habt euch noch tiefer in die Materie rein zu gucken oder zu lesen oder wie auch immer zu hören ich hoffe es hat euch gefallen es ja wenn ihr andere Vorschläge habt für noch mehr Reaktionen dann dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben wie ihr jetzt wisst zumindest lese ich die auch und versuche die wahrzumachen ja und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag ich hoffe euch geht's gut ich hoffe ihr bleibt gesund nicht so anerkältet wie ich ja und damit macht's gut haut rein und bis bald ja und j Bis zum nächsten Mal.